In diesem PHP-Kurs lernst du, wie du als Anfänger deine ersten eigenen Programme mit PHP schreiben kannst. Mein Name ist Yunus Ergin und ich bin Programmierlehrer. Wir starten in diesem Kurs komplett bei Null. Das heißt, selbst wenn du vorher noch nie in deinem Leben programmiert hast, wirst du in der Lage sein, diesem Kurs hier zu folgen. In diesem Kurs beginnen wir erst einmal mit den Grundlagen. Das heißt, du lernst, wie du PHP auf deinem Computer installierst, wie du PHP-Applikationen erstellst und wie du diese ausführst. Anschließend beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Programmierung, die du unbedingt brauchst, um PHP-Applikationen zu schreiben. Danach werden wir zwei größere Applikationen schreiben. Zunächst einmal eine Kontakt-App. Dort kannst du Kontakte hinzufügen und diese verwalten. Anschließend noch eine Applikation, mit der du Texte verschlüsseln kannst. Also, ich würde sagen, wir gehen direkt an den Computer und fangen an mit der Installation. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Installation. Ganz konkret brauchen wir zwei Dinge. Nummer eins, ein Programm, womit wir PHP-Code ausführen können und Nummer zwei, ein Programm, womit wir PHP-Code schreiben können. Fangen wir an mit dem ersten. Es gibt verschiedene Programme, um PHP-Code auszuführen. Was ich an dieser Stelle empfehlen würde, ist Apache ZAMP und zwar genau so geschrieben. Wir geben das Ganze mal bei Google ein und drücken auf Enter und anschließend direkt hier auf herunterladen. Keine Ahnung, warum darunter noch Download steht. Das Coole an PHP ist, dass es für alle Betriebssysteme zur Verfügung steht. Das heißt, egal ob du Mac-Nutzer bist, Windows-Nutzer oder Linux-Nutzer, hier kannst du das Ganze herunterladen. Ich gehe jetzt hier einfach auf die neueste Version, das ist 7.3.29 und drücke hier auf herunterladen. An sich solltest du aber bei dem, was wir hier im Tutorial coden, bei keiner der Versionen einen Unterschied merken. Sobald das Programm fertig runtergeladen ist, führen wir es aus. Beim Öffnen geht hier gleich so eine kleine Warnung auf. Hier steht, dass man das nicht unbedingt bei C Program Files installieren soll, sondern besser auf einem anderen Pfad, zum Beispiel direkt unter C. Machen wir auch. Anschließend geht hier einfach so ein Setup auf. Hier drücke ich jetzt, so wie man das kennt, auf Next. Wir lassen hier alles ausgewählt. Das kann ja nicht schaden, wenn wir gleich alles haben und sagen hier, dass wir einfach in diesen vorgeschlagenen Ordner das Ganze direkt auf C und nicht auf C Unterordner Programme installieren. Dann gehen wir wieder auf Weiter. Hier kannst du dir eine Sprache auswählen. Wir können auch Deutsch machen. Ich würde es jetzt Englisch lassen. Es macht keinen großen Unterschied und dann gehe ich auf Next und dann nehme ich hier noch den Haken raus, weil ich möchte nicht, dass sich danach noch so eine Seite öffnet und dann wieder auf Next, wieder auf Next. Ich denke, dieses Prozedere sollte jedem hier bekannt sein. Wichtig ist, wenn ich Software installiere, dann lasse ich das Ganze eigentlich immer auf Englisch, weil beim Programmieren kriegt man ja häufiger mal eine Fehlermeldung. Und wenn man diese Fehlermeldung auf Englisch bekommt und dann die englische Fehlermeldung googelt, dann bekommt man einfach deutlich mehr Antworten, als wenn man das Ganze auf Deutsch googelt. Das Coole ist, dass bei diesem Paket, was wir jetzt hier installieren, nicht nur das reine PHP dabei ist, sondern beispielsweise auch noch MySQL. Das ist ein Datenbank-Service, um Daten zu speichern oder auch Bitnami, womit man verschiedene PHP-basierte Software direkt und einfach installieren kann, wie beispielsweise WordPress, womit man schnell Internetseiten erstellen kann oder Joomla. Außerdem ist noch ein Service dabei, um E-Mails zu senden und noch deutlich mehr Tools, die dir helfen, einen Web-Server zu betreiben, wenn du das denn möchtest. Gegen Ende werden wir hier noch gefragt, ob wir unsere Firewall zulassen wollen. Ja, das wollen wir natürlich machen, mindestens privat. Ich lasse es sogar öffentlich zu, aber das musst du nicht unbedingt machen. Dann gehe ich auf Zugriff zulassen und anschließend auf Finish. Und ich sage, dass ich hier noch das Control Panel gleich öffnen möchte. Das Ganze sieht dann so aus. Hier sehen wir nun verschiedene Services, die wir starten können. Was wir eigentlich nur brauchen, ist Apache. Außerdem gibt es hier noch Möglichkeiten, E-Mails beispielsweise über dieses Programm rauszusenden, eine Datenbank anzulegen, einen FTP-Zugang einzurichten und so weiter und so fort. Aber wir wollen uns ja um das Thema PHP kümmern. Nachdem du hier auf Start gedrückt hast, läuft der Server und das können wir auch ganz einfach überprüfen. Dafür gehen wir einfach in unseren Webbrowser und tippen nun oben in der Adressleiste Local Host ein. Hier hinter muss kein Port, also kein Doppelpunkt und eine Zahl stehen, ja, sondern einfach nur das hier und auf Enter. Und wenn sich jetzt hier eine Internetseite öffnet, so wie wir das hier sehen, dann läuft der Server. Und das ist jetzt keine Internetseite, die irgendwo im Internet steht, sondern das Ganze ist eine Internetseite, die von unserem Computer, der nun ein Web-Server ist, betrieben wird. Das heißt, diese Seite ist eine Demoseite, die auf unserem Computer liegt. Den Ordner gucken wir uns gleich an. Wenn man jetzt Local Host oben in die Adressleiste eingibt, öffnet sich die Seite. Oder wenn man die IP-Adresse von dem Computer, der das Programm geöffnet hat, eingibt in die Adressleiste, dann funktioniert das Ganze genauso. Wir können das Ganze mal überprüfen. Dafür öffne ich die Eingabeaufforderung. Das mache ich, indem ich das Windows-Menü aufmache und dann CMD eintippe und auf Enter gehe. Bei Mac-Computern müsst ihr das Terminal öffnen. Dafür einfach die Spotlight-Suche öffnen und dann dort Terminal eingeben. Hier muss ich nun IP-Config eintippen. Wenn du einen Mac-Computer hast, dann schreibst du stattdessen IF-Config. Hier siehst du nun die IP-Adresse. Die IPv4 ist die, die wir jetzt hier verwenden. Ich markiere die und kopiere sie und die kann ich nun ebenfalls in meinen Webbrowser hier oben eingeben und komme auf dieselbe Seite. Und das Coole ist, Leute, die ebenfalls in meinem Netzwerk drin sind, können diese IP-Adresse genauso eingeben. Das heißt, die geben einfach die gleiche Zahl ein. Das ist sowas wie die eindeutige Telefonnummer, womit man meinen Computer im Netzwerk finden kann und dann wird die Seite auch auf deren Computer geöffnet. Aus dem Internet ist das Ganze allerdings noch nicht unbedingt erreichbar. Damit man deine Seite auch aus dem Internet erreichen kann, braucht man nämlich die IP-Adresse von deinem Router beziehungsweise von deinem Modem. Das ist ja inzwischen meistens ein Kasten. Dieser Kasten muss dann, sobald die IP-Adresse davon aufgerufen wird, eine Weiterleitung eingerichtet haben an deinen Computer und dann könnte man das Ganze auch aus dem Internet aufrufen. Nachdem wir das Ganze jetzt hier zum Laufen gebracht haben, wollen wir uns einmal angucken, wo denn die Internetseite hier liegt. Und dafür gehen wir jetzt unter Windows einfach mal auf C und öffnen unsere Festplatte. Hier haben wir unser Programm ZAMP installiert. Ich öffne den Ordner einmal und hier drin befindet sich ein weiterer Ordner namens htdocs. Den öffne ich ebenfalls. Nachdem ich diesen Ordner hier geöffnet habe, sehe ich nun hier verschiedene Seiten. Und dieses index.php hier, das ist die Seite, die wir gerade geöffnet haben. Dieses index.php ist das, was standardmäßig geöffnet wird. Das Ganze leitet mich weiter an dieses Programm, was in dem Ordner liegt, Dashboard. Das sehen wir daran, dass hier oben auch Dashboard steht. So, wenn wir da reingucken, dort liegen jetzt verschiedene Dateien, unter anderem eine index.html und das ist die Datei, die gerade hier oben geöffnet wurde. Weil, wenn ihr hinter dem Ordnernamen kein Dateiname steht, dann wird immer die index.html oder die index.php-Datei geöffnet. Ich könnte jetzt hier auch mal andere Programme, die hier drin liegen, öffnen, wie beispielsweise dieses Webalyzer und mal gucken, was da passiert. Hier passiert nicht besonders viel, weil der Ordner leer ist und weil wir keine Zugriffsrechte haben. Wenn ich hier beispielsweise ZAMP eingebe, dann kommen wir auch in einen Ordner, wo nicht besonders viel zu sehen ist. Wenn ich jetzt Applications.html eingebe, hier oben, dann können wir mal gucken, was da passiert. Hier geht nun diese Seite auf. Und das Coole ist, auch wenn hier jetzt noch nicht besonders viel zu sehen ist, wir haben die Möglichkeit, in diesen Ordner nun unsere eigenen Projekte hinzuzufügen. Das heißt, ich lege jetzt einfach mal einen neuen Ordner an und sage, dass ich den jetzt mein erstes Projekt nenne. Und hier legen wir uns jetzt unser erstes eigenes PHP Projekt an. Bevor wir jetzt allerdings weitermachen, müssen wir natürlich noch ein Programm installieren, womit wir unseren PHP Code schreiben können. Und dafür gibt es jetzt wirklich ganz viele verschiedene. Du könntest einen ganz einfachen Text Editor, sowas wie beispielsweise Text Edit bei Mac oder den Editor von Windows verwenden oder ein richtiges Programm, was dir auch ein bisschen hilft und was dir auch ein bisschen zeigt, was für Befehle du einzugeben hast. Beliebt da sind zum Beispiel VS Code, Visual Studio Code. Das wirst du vielleicht auf dem einen oder anderen Tutorial auf diesem Kanal hier schon gesehen haben oder PHP Storm. Hier gibt es jetzt keine klare Präferenz. Wir verwenden in diesem Tutorial Visual Studio Code. Dafür gehst du einfach auf code.visualstudio.com und hier kannst du das Programm runterladen. Das geht sowohl für Windows als auch für alle anderen Systeme. Wie man das Programm installiert, muss ich dir jetzt nicht erklären. Das Ganze solltest du hinbekommen. Einfach runterladen, immer auf weiter klicken und dann ist das Programm auch schon da. Sobald du das Programm installiert und geöffnet hast, solltest du dann diese Oberfläche hier sehen. Hier kannst du nun neue Dateien erstellen oder Dateien öffnen oder Ordner öffnen. Und unser Projekt liegt ja in einem Ordner, den wir bereits angelegt haben. Und diesen Ordner würde ich jetzt einfach öffnen. Das bedeutet, du klickst hier auf Open Folder oder links oben auf File und dort auf Open Folder und suchst nun den Ordner raus. Das heißt, wir tippen hier oben wieder C-Doppelpunkt ein, gehen dann in den Ordner XAMPP und dort in HT Docs. Hier haben wir nun den Ordner für unser erstes Projekt. Dort steht auch mein erstes Projekt und diesen Ordner wähle ich aus. Hier geht häufig noch so eine Meldung auf, ob wir denn diesem Ordner auch vertrauen wollen. Und ja, das wollen wir. Haben wir ja selber angelegt und anschließend können wir nun auch starten. Hier links oben sehen wir nun unseren leeren Ordner und wir können in diesem Ordner nun neue Dateien anlegen. Das macht man zum Beispiel mit Rechtsklick und New File oder indem man hier auf dieses Plus-Icon drückt. Das machen wir und nun nennen wir unsere erste Datei index.php und öffnen sie. Anschließend sehen wir hier schon rechts unten, dass hier jede Menge Meldungen aufgehen. VS Code eignet sich für nahezu alle Programmiersprachen, die da draußen so verwendet werden. Damit man diese Programmiersprachen aber optimal schreiben kann, muss man erst einmal eine Erweiterung installieren. Das geht allerdings ganz easy. Dafür gehen wir einfach hier links auf Erweiterung, wenn das Fenster jetzt rechts unten schon wieder zugegangen ist und suchen hier nach einer Erweiterung für PHP. Hier gibt es jetzt jede Menge Erweiterungen, unter anderem natürlich auch welche, die hier als Favoriten markiert sind und schon fast 5 Millionen Downloads haben. Es schadet nicht, diese Erweiterung zu installieren. Die können später die Entwicklung mit PHP auf jeden Fall vereinfachen. Jetzt ganz am Anfang benötigen wir sie jedoch nicht. Deswegen schließe ich das Ganze jetzt wieder. Wir gehen hier links oben wieder auf unseren Explorer, wo wir unsere Dateien sehen und fangen jetzt erst einmal an, unsere erste Datei zu schreiben. Und das macht man in PHP genauso wie in HTML. Das heißt, wenn du schon HTML kannst, dann ist das Ganze eigentlich ziemlich hilfreich, weil PHP einfach HTML-Code generiert. Das bedeutet, wenn du jetzt hier beispielsweise eine HTML-Seite schreiben möchtest, das machst du in Visual Studio Code am einfachsten, indem du das Ausrufezeichen drückst und dann einfach auf Enter geht, dann funktioniert das Ganze genauso. Ich kann hier eine H1, also eine Überschrift hinzufügen und nenne dir jetzt einfach mal Hallo Welt und schließe das Ganze wieder. Und anschließend kann ich diese Seite hier ganz gewöhnlich öffnen. Das heißt, in HTML ist es so, dass alles, was du siehst auf deiner Seite immer zwischen diesen beiden Body-Elementen drin ist. Alles, was hier oben steht, kannst du erst einmal ignorieren und was hier unten steht, auch. Wichtig ist, in HTML gibt es halt immer diese Tags, womit du halt Elemente auf deiner Seite einfügen kannst. Du kannst beispielsweise ein H1 in diesen Spitzenklammern hier einfügen. Das steht für Überschrift 1 oder auf Englisch Headline 1 und du kannst das Ganze hier hinten wieder schließen und dort zwischen deinen Text formulieren. Dieser Text wird nun automatisch groß angezeigt. Wichtig ist, du sagst hiermit, dass eine Überschrift anfängt und du sagst hiermit, dass eine Überschrift aufhört. Der einzige Unterschied ist, dass hier beim Ende immer noch dieser Slash eingefügt wird, der am Anfang nicht eingefügt wird. Wir können beispielsweise so auch einen Paragrafen einfügen. Ja, das macht man dann so und mit Slash P wird das Ganze wieder geschlossen und hier kann ich jetzt schreiben, Hallo, Komma, das ist ein Paragraph Punkt. Und das Ganze können wir jetzt einmal in unserem Webbrowser öffnen. Ich schiebe den Webbrowser mal auf die rechte Seite und unseren Code Editor auf die linke Seite. Anschließend gehen wir, so wie wir das Ganze eben schon gemacht haben, einfach auf Localhost. Allerdings drücken wir jetzt nicht Enter, weil dann werden wir immer zu dem Dashboard weitergeleitet. Wir wollen aber in den Ordner Mein erstes Projekt weitergeleitet werden. Deswegen schreiben wir hier mein erstes Projekt und drücken auf Enter. Und nun sehen wir die Internetseite, die wir jetzt gerade hier geschrieben haben. Wie gesagt, alles, was hier oben so steht, das wird gar nicht angezeigt. Alles, was angezeigt wird auf unserer Seite, das sehen wir hier. Wir sehen also beispielsweise dieses Hallo Welt, ja, unsere Überschrift, deswegen ist die so groß und ein Paragrafen, der ist natürlich kleiner vom Text und da steht, hallo, das ist ein Paragraf. Paragrafen können wir jetzt auch weitere zu unserer Seite hinzufügen und können jetzt hier schreiben, dass hier wird mein erstes PHP-Projekt. Zack. Wenn ich jetzt die Seite aktualisiere, sehen wir, dass hier ein weiterer Paragraf hinzugefügt wird. Und genau so funktioniert HTML. Mit HTML kannst du allerdings nur statische Seiten erstellen. Statisch heißt, dass wir diese Inhalte, die wir hier sehen, nicht verändern können. Wir wollen diese Inhalte allerdings verändern, weil wenn wir das immer so statisch anzeigen, dann haben wir natürlich nicht besonders viele Möglichkeiten, die wir machen können. Überleg dir mal Facebook zum Beispiel, da werden ja immer andere Inhalte angezeigt. Die Inhalte müssen sich irgendwie variabel verändern und das Ganze geht nun mal nicht mit HTML, sondern nur mit beispielsweise PHP oder mit JavaScript. Okay, nochmal in einfach zusammengefasst. Du hast einen Computer, auf dem ist ein Webbrowser geöffnet. Dieser Webbrowser kann nur HTML-Code anzeigen. Das heißt, er muss nun den HTML-Code, der in einer HTML-Datei gespeichert ist, von dem Webserver erst einmal herunterladen. Und sobald er heruntergeladen ist, kann der Webbrowser diese HTML-Datei öffnen. Der Webserver ist dabei unter einer Adresse erreichbar. Beispielsweise sowas wie www.google.de oder in unserem Fall Localhost beziehungsweise unsere IP-Adresse. Wenn du jetzt dieses ZAMP auf deinem Computer installierst, dann verwandelst du deinen Server in eine Maschine. Und die ist ein bisschen mächtiger. Wir haben jetzt PHP zur Verfügung. Und mit PHP kannst du diese HTML-Dateien automatisch generieren, die du an den Computer schickst. Das heißt, der Webbrowser empfängt immer noch genau das Gleiche wie vorher. Wieder so ein Dokument, wo dann etwa so ein Code drin ist. Allerdings sind manche dieser Teile aus diesem HTML-Code jetzt mit PHP automatisch generiert worden. Das heißt, es handelt sich hier nicht mehr um eine feste Datei, sondern um eine ganz normale HTML-Datei, wo gewisse Teile automatisch generiert wurden und für jeden Nutzer ein bisschen unterschiedlich sind. Zurück in Visual Studio Code bedeutet das Folgendes. Folgender HTML-Code ist absolut fest und generiert immer die gleiche Seite, nämlich die, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Wir können jetzt allerdings hier auch PHP-Code einfügen, weil wir eine .php-Datei haben. Und das Ganze können wir jetzt einmal ausprobieren. Jetzt stellen wir uns einmal vor, dass wir hier einen anderen Text reinschreiben, zum Beispiel, mein Name ist Yunus. Funktioniert natürlich. Und jetzt wollen wir aber, dass hier nicht mein Name steht, sondern einfach eine Variable. Das Ganze funktioniert mit HTML nicht. Wir können aber in dieses HTML-Dokument jetzt einfach PHP-Code einsetzen. Und das Ganze machen wir so. Zack, Spitze Klammer auf, Fragezeichen und dann PHP. Und hier unten schließen wir das Ganze wieder so. Und zwischen diese beiden Elemente können wir nun weiteren Code einfügen und zwar PHP-Code. Und dieser generiert HTML-Code. Das heißt, ich kann hier nun beispielsweise diesen HTML-Code zwischen die Anführungszeichen reinpacken und nun wird durch diesen Echo-Befehl hier dieser HTML-Code generiert. Das bedeutet, wir sehen jetzt natürlich noch keinen Unterschied. Wenn ich mir allerdings meinen HTML-Code hier anzeige in meinem Webbrowser, das kann man immer machen, indem man rechts klickt und dann auf untersuchen geht, dann sieht man in diesem HTML-Code hier ganz deutlich, dass dieses Echo- und Fragezeichen-PHP-Zeug hier nicht mehr zu sehen ist. Weil das Ganze hier wird von unserem Web-Server umgewandelt. Das Ganze wird interpretiert und nun umgewandelt in diesen HTML-Code und alles drumherum brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein klein bisschen mehr Code, aber damit kann man echt fancy Sachen machen, wie zum Beispiel Variablen anlegen. Dafür schreibe ich Dollar und den Namen der Variable und weise denen jetzt einen Wert zu. Das mache ich immer mit einzelnen oder doppelten Anführungszeichen für einen Textwert und schreibe hier beispielsweise meinen Namen rein. Ein Befehl in PHP beendet man immer mit einem Semikolon. Jetzt haben wir also eine Variable angelegt namens Name und diese Variable wird immer deklariert im PHP mit einem Dollarzeichen am Anfang. Eine Variable kannst du dir vorstellen wie so ein kleiner Container und da steht jetzt ein Wert drin. In diesem Fall ein Text. Text müssen wir immer mit einzelnen oder doppelten Anführungszeichen starten und beenden und dieser Text dazwischen, der ist nun der Variable namens Name zugewiesen. Und nun kann ich diese Variable hier statt dem Namen reinschreiben. Das kann ich so machen im PHP. Wir gucken uns das einmal an. Hier haben wir einen Text, so wie da oben auch. Mit einem Punkt verbinden wir das mit einem anderen Text, nämlich den, der im Name drin steht. Und mit einem weiteren Punkt verbinden wir es wieder mit diesem Text. Das heißt, wir haben hier nun drei Textbausteine, die miteinander verbunden werden. Und einer dieser Textbausteine ist eine Variable. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, sehen wir, dass hier immer noch dieser HTML-Code generiert wird. Mein Name ist Yunus. Und unser Webbrowser sieht gar nicht, was da für eine Logik passiert, dass diese Zeile hier, die wir jetzt markiert haben, aus drei verschiedenen Textbausteinen besteht, die alle drei aneinandergeklebt wurden. Wenn ich jetzt hier allerdings einen anderen Namen reinschreiben würde und das Ganze aktualisiere, sehe ich, dass hier der HTML-Code sich verändert hat. Und mit PHP könnte man jetzt eine Logik programmieren, die immer genau sieht, wer auf diese Seite zugreift und dann immer für jeden eine unterschiedliche Begrüßung hier anzeigt. Guck dir beispielsweise mal Facebook an. Da steht auch immer ein anderer Name für jeden Nutzer und natürlich nicht immer der gleiche. Das wurde auch ursprünglich mit PHP umgesetzt. Mit diesen Variablen hier kann man natürlich auch rechnen. Das heißt, du könntest dir beispielsweise eine Variable Zahl 1 anlegen und dieser Variable hier eine Zahl zuweisen. Dann noch eine andere Variable. Ich nenne die mal Zahl 2 und die hat den Wert 8. Man sieht, dass man Zahlen nicht in Anführungszeichen schreiben muss. Das muss man nur für Text machen. Ansonsten ist das Ganze allerdings absolut analog zu dem da oben. Hier können wir nun beispielsweise einen weiteren Paragrafen generieren. Das Ganze machen wir mal so und schreiben 7 mal 8 ist gleich. Und hier fügen wir nun wieder etwas PHP-Code ein. Und zwar fügen wir hier nun das Ergebnis von Zahl 1 mal Dollarzeichen Zahl 2 ein. Hier muss natürlich auch ein Dollarzeichen davor. Und nun führen wir das Ganze mal aus. Zack. Und auch hier sehen wir wieder, dass einfach dieser HTML-Code hier generiert wurde und aus diesem HTML-Code dann diese Anzeige hier generiert wurde. 7 mal 8 ist gleich 56. Was für eine Logik wir hier allerdings dafür geschrieben haben. Das Ganze weiß unser Webbrowser auch in diesem Beispiel nicht. Wir können das Ganze natürlich jetzt weiter fortführen und können hier Eingabefelder in unserem HTML-Code einfügen, um dann verschiedene Zahlen oder Text eingeben zu lassen und damit halt verschiedene Sachen zu machen. Und somit halt komplexere Internetseiten zu schreiben, die nicht einfach nur statisch immer den gleichen Inhalt anzeigen, sondern unterschiedlichen. In diesem Beispiel bauen wir eine Internetseite, die mehrere Unterseiten hat. Das Menü und das, was unten angezeigt wird auf der Seite, das sollte jedoch auf jeder Seite immer gleich sein. Und das kann man mit PHP sehr einfach umsetzen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das alte Projekt, was wir eben geschrieben haben, das hebe ich natürlich auf. Ich stelle den ganzen Code am Ende zur Verfügung und du kannst den unter diesem Video so wie immer herunterladen. Ich lege eine neue Datei an und nenne sie mal hallowelt.php und schiebe hier den alten Code rein. So, der neue Code, den wir jetzt schreiben, der kommt in diese Datei. Und ich möchte nun erst einmal eine Menüleiste oben anlegen. Dafür brauchen wir einen Container und das Ganze wird natürlich jetzt erst einmal mit reinem HTML gemacht. In diese Menüleiste kommt jetzt kein schickes Design oder sowas, sondern einfach nur ein paar Links. Beispielsweise eine Startseite, dann noch eine Kontakte-Seite und noch eine Seite für das Impressum. Das heißt, hier steht jetzt einfach mal Kontakte und in der dritten Seite steht Impressum. Alles ist noch getrennt mit so einem Strich hier. Und wenn ich das Ganze jetzt speichere und hier auf der rechten Seite aktualisiere, sehe ich, dass wir nun einen Container haben und in diesem Container sind drei Links vorhanden. Und jetzt kommt das Besondere im PHP. Ich möchte jedes Mal, wenn ich auf einen dieser Links hier klicke, wieder auf die Seite leiten, auf der wir gerade sind, nämlich index.php. Allerdings möchte ich immer eine Variable namens Page mitgeben. Diese Variable hat nun jedes Mal einen unterschiedlichen Wert. Einmal den Wert Start, einmal den Wert Contacts und einmal den Wert Legal. Speichern. Das heißt, wenn ich nun auf einen dieser Links hier drücke, sehen wir, dass ich immer wieder auf dieselbe Seite zurückkomme. Allerdings wird hier oben nun immer eine andere Variable in der URL angezeigt. Nach dem Dateinamen, den wir hier aufrufen, kommt ein Fragezeichen, dann der Name einer Variable, nämlich Page und der Wert, den wir dieser Variable zuweisen. Wenn ich auf Start drücke, steht hier oben Page gleich Start. Wenn ich auf Kontakte drücke, steht hier oben Page gleich Contacts und wenn ich auf Impressum drücke, dann steht hier oben Page gleich Legal. Und diese Variablen, die hier oben stehen, die kann ich mir nun mit Hilfe von PHP anzeigen lassen. Ich füge also auf meiner Seite hier jetzt wieder neuen PHP-Code hinzu. Zack. Und in diesem PHP-Code möchte ich nun eine Überschrift automatisch generieren. Das heißt, hier kommt nun ein H1 rein, das H1 wird geschlossen und hier zwischen das H1 möchte ich nun, je nachdem auf welcher Seite ich bin, eine unterschiedliche Überschrift anzeigen. Das heißt, ich möchte mir eine Variable anlegen und die heißt Dollarzeichen Headline. Und hier steht nun immer ein unterschiedlicher Wert drin. Im letzten Tutorial haben wir gesagt, dass diese Variable so angelegt wird. Hier steht nun Dollarzeichen Headline gleich Anführungszeichen. Und hier könnte ich jetzt beispielsweise schreiben, herzlich willkommen und das Ganze wieder schließen mit einem Hochkomma oder einem Anführungszeichen, je nachdem, wie du das Ganze nennst. Und dann hier ein Semikolon. Nun wird natürlich einfach hier solch eine Überschrift generiert. Mit PHP kannst du aber direkt auch den Wert dieser Variable, die wir hier oben in der URL mitgegeben haben, auslesen. Und das machst du nicht mit Dollarzeichen Page, sondern mit Dollarzeichen Unterstrich Get, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und nun schreibst du in Anführungszeichen den Namen der Variable, nämlich Page. Das Ganze sieht also so aus, wie du jetzt hier siehst. Damit haben wir nun die Möglichkeit zwischen dieses H1 und das schließende H1 den Wert Page hinzuzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt aktualisiere, steht hier Legal. Und wenn ich nun auf Start drücke, steht hier Start. Auf Kontakte steht hier Contacts. Auf Impressum steht hier wieder Legal. Also immer der Wert, der auch hier oben in der URL drin steht. Das Ganze nennt sich URL-Parameter und ist ziemlich hilfreich für alles, was wir machen wollen. Besonders, wenn du dich jetzt beispielsweise mit Verzweigungen sehr gut auskennst, was wir uns nun im nächsten Abschnitt einmal angucken werden. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns also mit Verzweigungen. Mit anderen Worten if und else. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel je nachdem, was für einen Wert unsere Variable hat, etwas Unterschiedliches auf unserer Seite anzeigen wollen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an. Wir haben ja jetzt den Wert dieser Variable. Wir wissen, dass diese Variable hier mal den Wert Start hat, mal den Wert Contacts hat und mal den Wert Legal hat. Je nachdem, was gerade in unserer URL hier oben drin steht. Und wir können nun eine Verzweigung anfangen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wenn diese Variable den Wert Start hat, dann zeige eine Sache an. Und wenn nicht, dann zeige eine andere Sache an. Und so können wir hier ganz viele verschiedene Sachen anzeigen. Bei Start würde ich allgemein immer das in dem Else-Teil anzeigen. Das heißt, wenn wir auf irgendeiner Seite sind, die nicht gefunden werden kann, wird das hier unten angezeigt. Und anfangen würde ich jetzt mit dieser Kontextseite. Das heißt, wenn der Wert hier Kontext ist, dann wollen wir auf unserer Seite hier etwas anzeigen. Beispielsweise einfach so. Du bist gerade auf der Kontextseite. Ausrufezeichen. Jetzt zeige ich hier mal ein anderes Echo an. Hier unten. Du bist auf der Startseite. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze so bereits funktioniert. Ich aktualisiere die Seite. Und hier steht nun, du bist auf der Startseite, weil wir nicht auf der Kontaktseite sind. Wenn ich auf Start gehe, ebenfalls. Und bei Kontakte steht jetzt hier, du bist auf der Kontextseite. Ja, das Ganze funktioniert also. Und wir können jetzt hier nicht nur Text anzeigen, sondern natürlich hier zwischen auch HTML-Code schreiben, der dann hier einfach so generiert wird. Und das Coole ist, mit PHP können wir sogar seit einigen Versionen jetzt auch Text anzeigen über mehrere Zeilen und auch damit HTML-Code über mehrere Zeilen. Das macht man mit diesen doppelten Anführungszeichen hier oben und hier unten. Und wir können jetzt hier zwischen einfach irgendeinen HTML-Code schreiben. Das heißt, ich füge jetzt hier beispielsweise einen Paragrafen hinzu und sage, auf dieser Seite hast du einen Überblick über deine Kontakte. Wir speichern das Ganze mal und jetzt können wir das Ganze hier aktualisieren und sehen diesen Text hier. Und das Coole ist, dass wir hier jetzt sogar auch weiteren HTML-Code beispielsweise einfügen können, wie ein B hier noch drumherum. Ja, es ist alles ein bisschen klein, aber man sieht es, denke ich noch. Und wenn ich dieses B jetzt hier schließe, zack, 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 funktioniert das Ganze auch und Kontakte wird jetzt zum Beispiel fett geschrieben. Ich schließe jetzt nochmal die linke Seite hier, dann sehen wir nochmal ein bisschen mehr. Wir wollen außerdem ja hier oben nicht einfach nur Contacts anzeigen, das Ganze ist nicht so cool, sondern am besten nochmal eine andere Headline. Ja, und das Ganze können wir auch ganz einfach machen. Wir können diese Variable Headline hier jetzt wieder einsetzen und können nun allerdings sagen, dass wir diese Variable hier, je nachdem, was wir für einen Wert für Page haben, immer umdefinieren. Wir können also hier oben eine weitere If-Abfrage hinzufügen und sagen nun, ich kopiere das Ganze, damit ich mich nicht verschreibe, $getPage, also wenn der Wert da oben raus beispielsweise Contacts ist, dann passiert der Code zwischen den geschweiften Klammern. Und hier sage ich jetzt beispielsweise, dass Headline nicht mehr herzlich willkommen ist, sondern dass hier nun steht, deine Kontakte. Ich speichere das Ganze. Hier fehlt natürlich noch das S. Wenn ich jetzt das Ganze hier aktualisiere und auf Kontakte drücke, dann steht hier nun, deine Kontakte. Also das, was wir hier in der Variable Headline neu definiert haben. Wenn ich auf Start drücke, steht jetzt hier herzlich willkommen, weil diese If-Abfrage natürlich nicht erfüllt ist. Dadurch wird der Code zwischen diesen geschweiften Klammern hier nicht ausgeführt. Wir können jetzt beispielsweise auch gucken, ob in unserer URL hier für den Wert Page Legal definiert ist, wie wenn wir auf das Impressum drücken und können dann hier einfach für die Variable Headline Impressum schreiben und das Ganze speichern. Zack, jetzt haben wir hier herzlich willkommen, deine Kontakte und Impressum. Legal haben wir noch falsch geschrieben, deswegen klappt das Ganze hier nicht. Also hier nochmal ein A rein und nochmal drauf drücken. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Und jetzt können wir auch hier unten ebenfalls eine weitere Sektion hinzufügen für das Impressum. Das heißt, ich schreibe hier jetzt else if, das ist nochmal so ein Zwischenteil. Also wenn das erste nicht erfüllt ist, aber das zweite, der zweite Fall, dann füge den Code ein, der hier zwischen ist. Das heißt, wenn unser Wert jetzt Kontext hat, dann füge diesen Code hier aus. Wenn die Variable Page den Wert Legal hat, dann führe das hier aus und ansonsten führe immer das hier aus. Das heißt, hier können wir nun ein Impressum hinzufügen. Ich schreibe hier einfach mal, hier kommt das Impressum hin und speichere das Ganze. Ich habe schon drei unterschiedliche Seiten. Ich möchte noch dazu sagen, dass das natürlich nicht der Standard ist, nachdem heutzutage Internetseiten gebaut werden. Ja, ganz früher in den 90ern, 2000ern, da hat man das mal so gemacht. Aber heutzutage gibt es natürlich mächtige Frameworks und abgesehen von Joomla oder WordPress oder anderen Content-Management-Systemen werden Internetseiten heutzutage eh nicht mehr so mit PHP gebaut. Dynamische Seiten, die direkt reagieren sollen, wenn man etwas eingibt oder etwas anklickt, werden meistens heutzutage mit JavaScript gebaut und mit JavaScript Frameworks, wie beispielsweise React, Vue oder Angular. Nach unserem gesamten PHP-Code hier oben, den wir jetzt eingefügt haben, können wir natürlich unten wieder Inhalte anzeigen, die jetzt auf unserer Seite immer angezeigt werden. Wir können jetzt beispielsweise hier irgendwie so Copyright Impressum und so weiter hinzufügen. Ich lege dafür mal einen weiteren Div-Container an, den ich auch hier wieder schließe. Das ist wieder ganz gewöhnlicher HTML-Code, der hier eingegeben wird. Und in diesem HTML-Code kann ich jetzt beispielsweise so ein C einfügen und sagen, Copyright ist 2021, Developer Akademie GmbH oder sowas. Und wenn ich Bock habe, kann ich jetzt diesem Div-Container auch eine CSS-Klasse geben, womit ich sagen soll, wie das Ganze hier aussehen soll. Weil, wenn ich das Ganze jetzt hier so einfüge, dann ist hier natürlich einfach so ein Container, der irgendwie hier so da oben rumgeistert. Mit CSS kann ich jetzt allerdings noch sagen, wie dieser Container und der Inhalt aussehen soll. Dafür kann ich den Namen der Klasse nehmen, den ich gerade definiert habe, Footer, und kann nun hier oben beispielsweise einen neuen Bereich anlegen, in meinem Head-Bereich dieses Mal. Und zwar die beiden HTML-Tags Style und geschlossene Style. Und hier drin kann ich nun die Eigenschaften meiner Klasse Footer definieren. Und zwar so. Hier kann ich jetzt beispielsweise sagen, dass mein Text in der Mitte angezeigt wird. Ich aktualisiere und wir sehen, dass der Text in diesem Container hier in der Mitte angezeigt wird. Außerdem kann ich zum Beispiel noch sagen, dass der Inhalt in meinem Container immer um 100 Pixel eingerückt wird. Das heißt, mein Container ist jetzt so groß. Das sieht man jetzt noch nicht wirklich als Unterschied, aber wenn ich jetzt diesem Container hier beispielsweise eine Background-Color gebe, sagen wir einmal, dass die Hintergrundfarbe hier, sagen wir mal hier irgendwie, na, Blue oder sowas ist, ist jetzt nicht so schön, aber dann hätten wir hier so einen Kasten. Diesen Kasten könnten wir jetzt auch noch ein bisschen weiter runterschieben, indem ich sage Margin Top 300 Pixel oder sowas. Dann ist der Inhalt immer weiter unten. Die Farbe ändere ich jetzt hier nochmal zu 343434. Das ist immer ein ganz guter Farbcode und die Farbe von meinem Text, die mache ich jetzt nochmal schnell weiß. Allerdings sollte das Ganze hier kein CSS-Tutorial sein. Ja, deswegen machen wir jetzt hier nicht mehr groß weiter mit dem Styling. Ja, sondern beschäftigen wir uns damit, was wir denn sonst noch alles hier so Schönes bauen können. Ich habe nämlich an dieser Stelle noch eine Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich, dass du dieser Internetseite jetzt nochmal ein, zwei Extra-Unterseiten hinzufügst. Das ist eine super Übung, um einfach mal das Wissen, was du jetzt gerade gelernt hast, selber anzuwenden. Das heißt, du pausierst jetzt dieses Video und dann fügst du nochmal eine weitere Unterseite ein. Viel Spaß! Bist du fertig? Wenn nicht, dann machen wir das Ganze jetzt so wie immer zusammen. Das bedeutet, wir fügen jetzt einfach nochmal einen weiteren Link hinzu und ich nenne diesen Link Kontakt hinzufügen. Und der Wert meiner Variable ist jetzt einfach mal beispielsweise Add Contact. So, und nun sage ich, wenn mein Wert hier Add Contact ist, dafür dupliziere ich das Ganze, dann sage ich hier nicht mehr deine Kontakte, sondern Kontakt hinzufügen. So, und gleichzeitig möchte ich nun natürlich hier eine andere Seite anzeigen. Das heißt, ich zeige einen weiteren als-if-Abschnitt hier rein. So, ich rücke das Ganze nochmal so ein und sage, wenn mein Link so wie oben hier Add Contact ist, dann kommt hier ein anderer Text und zwar sage ich nun in oder auf dieser Seite kannst du einen weiteren Kontakt hinzufügen und speichere das Ganze. Ich aktualisiere meine Seite und habe nun hier oben einen weiteren Link Kontakt hinzufügen. Wenn ich dort drauf drücke, habe ich hier eine weitere Seite und dort steht Kontakt hinzufügen. Auf dieser Seite kannst du einen weiteren Kontakt hinzufügen. In diesem Abschnitt implementieren wir nochmal ein kleines Design für unsere Seite. Einfach, damit es schöner aussieht. Design macht man so wie bei den meisten Web-Technologien mit HTML und CSS, also nicht mit der Programmiersprache PHP. Du merkst auch hier, HTML und CSS geht mal wieder Hand in Hand mit der Programmiersprache, die wir lernen, genauso wie beispielsweise auch bei JavaScript oder anderen Tutorials, die es schon auf diesem Kanal hier gab. Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest nur PHP lernen und dich interessiert das Ganze drum herum nicht, was ich nicht empfehlen würde, dann könntest du diese Sektion ja auch überspringen. Ansonsten würde ich sagen, wir legen jetzt los und implementieren uns ein richtig hübsches Design. Das Erste, was ich dafür mache, ist uns eine Schriftart rauszusuchen, weil diese Standard Schriftart, die ist ehrlich gesagt nicht so hübsch. Dafür gehe ich einfach auf Google Fonts und suche uns hier die erste Schriftart, die einigermaßen gut aussieht. Ich würde jetzt einfach mal diese hier nehmen. Das kann man auch ganz einfach einbinden. Dafür gehe ich einfach hier auf Select this Style und kopiere mir diesen Teil hier. Damit importiere ich die Schriftart in meinen Head-Bereich. Also, einfach hier ganz oben rein. Gleichzeitig möchte ich noch sagen, dass wir diese Schriftart überall in unserem Body verwenden wollen. Dafür benutze ich hier rechts unten diesen Teil. Ich schreibe also einfach in unseren Style hier Body, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und füge dort diesen Befehl ein. Und wenn ich jetzt unsere Seite aktualisiere, haben wir unsere Schriftart geändert. Und das Ganze sieht doch schon mal etwas netter aus als vorher. Außerdem möchte ich, dass unser Body eine Hintergrundfarbe hat, die nicht einfach weiß ist. Und deswegen sage ich Background, Color und füge einfach mal diesen Farbcode hier ein. Der sieht ganz gut aus. Ja, wir sehen, dass das Ganze jetzt so aussieht. Also, wir sehen schon, Farben machen echt sehr viel aus. Und der Body ist auch, wie man hier sieht, all das, was hier im Hintergrund von der Seite zu sehen ist. Des Weiteren möchte ich, dass dieses Menü nicht mehr hier oben angezeigt wird, sondern auf der linken Seite. Gleichzeitig wird der ganze Inhalt auf der rechten Seite angezeigt. Dafür möchte ich jetzt hier unten zwei Container erstellen. Mein Menü, also das hier, ist ja ein Container. Das macht man immer mit diesem DIV-Befehl. Und auf der anderen Seite möchte ich nun einen weiteren Container erstellen, wo unser gesamter generierter PHP-Code drin ist. Also muss dieser DIV-Container hier oben aufgehen und der gesamte generierte PHP-Code kommt da rein und dort unten geht dieser Container wieder zu. Beide Container sollen nebeneinander sein. Das bedeutet, dass dieser Container, hier steht noch diese komische Raute, neben diesem Container hier ist. Und wir können das Ganze einfach mal einklappen, indem wir hier neben die Zeile drücken auf diesen Pfeil, um zu sehen, wie unsere Container jetzt aussehen und wie viele wir haben. Wir haben diese beiden Container und hier unten noch ein Footer, der einfach ganz unten angezeigt werden soll. Und damit wir nun zwei Container nebeneinander anzeigen können, können wir einfach sagen, dass wir sie nochmal in einen Extra-Container packen und in diesem Extra-Container einfach durch CSS-Eigenschaften sagen, dass wir diese nun nebeneinander platzieren wollen. Dafür weise ich diesen Container eine Klasse zu. Die nenne ich Main. Und nun kann ich dieser Klasse hier oben im CSS-Bereich unserer Seite, also in dem Bereich, wo wir sagen, wie etwas aussieht, einfach ein paar Eigenschaften geben. Beispielsweise Display Flex, womit meine Elemente automatisch innerhalb von diesem Container nebeneinander angeordnet werden. Wir haben also drei Container auf unserer Seite gehabt. Ganz oben war das Menü drin, in der Mitte der Inhalt unserer Seite, das, was wir mit PHP generiert haben. Und ganz unten war der Footer. Also einfach nochmal so ein dunkler Kasten, wo sowas wie Copyright angezeigt wird. Wir haben nun die oberen beiden Kästen, also das mit dem Menü und das mit dem PHP noch einmal in einen Extra-Kasten gepackt. Ein Kasten ist immer dieses Div-Tag. Nun haben wir gesagt, dass wir die Kästen nebeneinander platzieren wollen. Dafür haben wir dem äußersten Kasten, also diesem Rahmen drumherum, eine neue CSS-Klasse zugewiesen und die Main genannt. Die können wir aber nennen, wie wir wollen. Diese Klasse hat nun eine einzige Eigenschaft, und zwar Display Doppelpunkt Flex. Dadurch werden die Kästen jetzt nicht mehr untereinander, sondern nebeneinander platziert. Alles, was wir nun im nächsten Schritt noch machen müssen, ist, dem linken Kasten etwas weniger Breite zu geben. Beispielsweise 20% Breite an den linken Kasten und 80% Breite an den rechten Kasten. Um jetzt dem linken Kasten und dem rechten Kasten CSS-Eigenschaften wie Breite zuzuweisen, müssen wir denen natürlich auch wieder eine CSS-Klasse zuweisen. Ich nenne das Ganze einfach mal auf der linken Seite Menu und auf der rechten Seite Content und lege mir beide CSS-Klassen oben an. Menu und Content. Nun kann ich beispielsweise, wie eben im Beispiel sagen, dass der linke Kasten 20% Breite haben soll und der rechte Kasten eine Breite von 80% haben soll. Speichern wir das Ganze mal und laden die Seite neu. Dann sehen wir, dass der linke Kasten hier schon mal deutlich kleiner geworden ist. Damit wir das Ganze noch ein bisschen besser erkennen können, möchte ich dem linken Kasten jetzt schon mal eine Hintergrundfarbe geben. Dafür sage ich einfach, dass ich dem linken Kasten hier eine Background-Color gebe. Die kann man normalerweise, wenn man HTML schreibt, auswählen. Allerdings erkennt unsere Entwicklungsumgebung jetzt hier nicht, dass es sich um eine Farbe handelt, weil wir in einer PHP-Datei sind. Deswegen müssen wir jetzt selber einen Farbencode wie beispielsweise diesen hier eingeben. Ich lade unsere Seite neu und sehe nun unseren Kasten ganz deutlich. Diesem Kasten kann ich jetzt beispielsweise auch ein bisschen Abstand nach rechts geben, sagen wir mal 32 Pixel und wenn ich die Seite jetzt neu lade, haben wir zwischen den beiden Kästen hier etwas mehr Abstand. Außerdem möchte ich, dass die einzelnen Links hier etwas hübscher als sie jetzt denn platziert werden. Ich packe mal diese Striche dazwischen weg, ja, dann sieht das Ganze so aus und nun möchte ich, dass diese Links untereinander angezeigt werden und nicht mehr nebeneinander. Und das kann ich auch ganz einfach machen, indem ich sage, dass all meine A-Elemente in dem Element mit der Klasse Menu noch einmal extra Eigenschaften kriegen. Beispielsweise die Eigenschaft DisplayBlock. Speichern wir das Ganze mal und jetzt sehen wir, dass durch diese Eigenschaft DisplayBlock ich untersuche das Ganze nochmal mit Rechtsklick untersuchen, nun alle eine eigene Reihe bekommen haben und untereinander dargestellt werden. Nun kann ich hier beispielsweise auch sagen Text Minus Decoration None, damit diese Links nicht mehr unterstrichen sind. Ich sage jetzt hier nochmal Color Doppelpunkt White, damit sie weiß werden und nun möchte ich natürlich auch noch diese Links etwas einrücken innerhalb von meinem Container und gebe denen einfach nochmal ein Padding von 8 Pixel. Zack. Sieht schon ziemlich cool aus. Was ich jetzt allerdings noch machen möchte, ist, dass sie die Farbe verändern, wenn ich dort drüber gehe. Dafür sage ich wieder, dass all meine A-Elemente in meinem Menu-Container, wenn sie gehovert werden, also wenn ich da drüber gehe, sich verändern sollen. Und zwar von der Background Color. Sie sollen weiß werden, das wäre die Farbe 255 255 255. Allerdings möchte ich hier nochmal ein bisschen transparent geben und zwar, dass ich nur 10% zum Beispiel anzeige. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehe ich, dass sich die Dinger hier nur ganz leicht von der Farbe verändern. Außerdem möchte ich, dass meine Links nicht ganz links oben anfangen, sondern nochmal etwas weiter unten. Ich sage beispielsweise, dass ich meinem Container, hier oben diesen Menu-Container, nochmal ein Padding minus Top von 150 Pixel beispielsweise gebe. So, das hat die Autovervollständigung jetzt hier etwas kaputt gemacht. So, Padding minus Top Doppelpunkt 150 Pixel. Wenn ich jetzt speichere, sehen wir, dass hier mein Menü weiter nach unten gerückt wurde. Dadurch habe ich hier links oben noch etwas Platz, beispielsweise für ein Logo. Außerdem möchte ich noch, dass dieser komische Rand hier drumherum weg ist. Den kriegt nämlich unser Buddy, also dieses Element, was ich jetzt auf unserer Seite hier markiere, immer automatisch, ohne dass wir das Ganze überhaupt vergeben. Dieses Margin möchte ich noch entfernen. Dafür sage ich jetzt meinem Buddy einfach nochmal, dass wir eine Margin von 0 haben wollen. Dadurch sieht das Ganze jetzt nochmal ein bisschen schicker aus und die Seite entwickelt sich langsam. Im nächsten Schritt wollen wir unserer Internetseite auch noch ein paar schicke Icons hinzufügen. Dafür google ich jetzt einfach mal Material Icons. Das ist eine ganz gute Library, die wir verwenden können. Drücke hier auf Material Icons und schau mal, was wir hier bekommen. Ich möchte nun verschiedene Icons für das Menü hier hinzufügen. Das heißt, für Start möchte ich zum Beispiel ein Haus. Also suche ich hier einfach Haus und gucke einfach mal, was wir finden. Zum Beispiel das hier und lade es in weißer Farbe herunter und zwar als PNG-Grafik. Ob man da jetzt PNG oder SVG nimmt, ist eigentlich komplett egal. Ja, nehmen wir mal SVG, das muss ich nicht erst entpacken. Ich lege mir hier auf der linken Seite nun einen neuen Ordner an mit Rechtsklick New Folder, nenne den IMG und füge hier die verschiedenen Icons, die ich mir so heruntergeladen habe, hinzu. Wie gesagt, einmal das Haus, dann hätte ich gern noch ein Plus, um unseren neuen Account hinzuzufügen. Auch das natürlich wieder in weiß und ja, laden wir das auch als SVG herunter und rein damit. Dann noch ein Buch oder sowas für unsere Kontakte. Auch das natürlich wieder als weiß und herunterladen. Und im letzten Schritt bräuchten wir noch irgendetwas fürs Impressum. Da könnte man zum Beispiel auch ein Buch oder irgendetwas, ich suche einfach mal nach Legal, vielleicht finden wir ja was, einfach mal gucken, was man da so findet. Ja, zum Beispiel sowas. Warum denn nicht? Auch hier gehen wir einfach wieder auf SVG Download und packen das in unseren Image-Ordner. Und diese Bilder, die können wir nun ganz easy neben unsere Menü-Links hier einbinden. Und du wirst sehen, das Ganze hat echt einen ziemlich großen Effekt. Also wir gehen in die Index.html und binden nun neben das jeweilige Wort, also Start, Kontakte, Kontakt hinzufügen und Impressum jeweils ein Image-Tag ein. Ich kann übrigens in vier Zeilen gleichzeitig schreiben, indem ich immer in die jeweilige Zeile drücke und dann die Alt-Taste dabei gedrückt halte. Ich schreibe nun neben alle vier Wörter, die ich hier habe, Start, Kontakte, Kontakt hinzufügen und Impressum. Immer einfach Image und dann Source gleich. Genauso. Und ich suche immer in unserem Image-Ordner nach einem Bild, was ich hier einbinden möchte. Und dieses Bild ist beim ersten Mal natürlich anders als beim zweiten Mal, beim dritten Mal und beim vierten Mal. Ich benenne diese Dateien hier schnell um, dann kann ich sie leichter einbinden. Das Ganze heißt Add. Das hier heißt Home. Das hier heißt Menubook. Ich nenne es einfach mal Book. Und das letzte hier heißt Legal. Dann finden wir das Ganze nochmal ein bisschen schneller, denn in PHP funktioniert auf jeden Fall nicht ohne Erweiterung jetzt hier keine Autovervollständigung. Also hier kommt jetzt einfach mal Home.svg. In die nächste Zeile kommt nun Book.svg. In die nächste Zeile kommt hier Add.svg. Und in die letzte Zeile kommt Legal.svg. Das Coole ist, leicht funktioniert die Autovervollständigung hier schon, wenn ich einfach nur LE drücke und dann auf Steuerung oder Control und Leertaste gehe. Dann kann ich hier einfach auf Enter drücken und die Grafiken sind da. Wenn ich das Ganze jetzt eher aktualisiere, sieht es so aus. Also schon mal ein bisschen cooler. Allerdings ist das Ganze noch nicht ganz mittig. Um Sachen auf der Y-Achse innerhalb von so einem Link oder irgendeinem beliebigen Container zu platzieren, brauchen wir folgende Befehle. Wir gehen wieder in unseren CSS-Bereich hier oben und fügen unserem Link nun zwei Befehle hinzu. Einmal Display Flex. Und einmal auch noch Align Items Center. Dieses Display Flex heißt nicht nur, dass die Elemente sich nebeneinander befinden. Das tun sie ja hier schon, sondern auch, dass man sie nun frei auf der X- und auf der Y-Achse platzieren kann. Das Ganze macht man für die Y-Achse mit dem Befehl Align Items. Center heißt Mitte. Also sind nun innerhalb von jedem dieser Container die Elemente, wenn ich nochmal aktualisiere, genau in der Mitte. Und das Ganze sieht doch jetzt schon mal richtig schick aus. Ich möchte nun auch noch einen kleinen Abstand zwischen dem jeweiligen Bild und dem Text haben. Und dafür sage ich, dass in unserem Menu-Container jedes Bild, was sich da drin befindet, also jedes Image nochmal Margin Right hat und zwar von 8 Pixeln. Ja, das heißt jedes Image-Tag, was irgendwie in meinem Menu-Container ist, auch wenn es ein paar Ebenen drunter ist, so wie hier, hat einen Abstand nach rechts von 8 Pixeln. Und nun sieht das Ganze hier doch schon ziemlich aufgeräumt aus. Unser Menü soll nun natürlich nicht hier aufhören, sondern die volle Höhe haben und deswegen sagen wir hier nochmal, dass wir eine Height geben von 100 VH. Ja, das sind einfach 100 Prozent unserer Bildschirmhöhe. Und jetzt sieht unser Menü hier so aus. Sieht auch noch ein bisschen klein aus, aber wenn wir hier die Seite ganz groß machen, ja, und dann diese 20 Prozent hier links haben, dann sieht das Ganze echt schon ziemlich cool aus. Ja, die Seite entwickelt sich langsam in eine Richtung, die mir sehr gefällt. Ich möchte unserer Seite außerdem oben noch so eine Menüleiste hinzufügen. Das Ganze mache ich ebenfalls mit einem weiteren Container, der ganz oben eingefügt wird. Und dieser, der heißt jetzt einfach mal ganz kreativ Class gleich Menü Bar, also Menüleiste. Und meine Menüleiste, ja, was soll die für Eigenschaften haben? Die soll eine Hintergrundfarbe haben von Weiß, damit die sich auch abhebt vom Hintergrund. Die soll gleichzeitig Position Absolut haben, was so viel bedeutet wie, dass sie einfach frei platziert ist. Also, dass sie einfach komplett unabhängig vom Rest der Seite irgendwo auf der Seite platziert werden kann. Ich kann jetzt beispielsweise sagen, dass diese Menüleiste nach links einen Abstand von 0 hat und nach rechts einen Abstand hat von 0 Pixeln und nach oben einen Abstand hat von 0 Pixeln und gleichzeitig auch noch eine Höhe haben soll von 80 Pixeln. Wenn ich das Ganze mache und aktualisiere, zack, dann sehen wir, dass da oben so eine Menüleiste liegt. Sieht schon ganz gut aus. Allerdings muss natürlich jetzt diese Menüleiste alles hier überdecken. Das heißt, wir müssen nun ebenfalls diesen Content hier, ja, also das hier etwas runterpacken, ein bisschen weiter nach unten ziehen. Deswegen sage ich auch hier Margin Top einfach mal 150 Pixel. Also die rechte Seite soll jetzt einfach mal 150 Pixel Abstand nach unten haben. Und dadurch rutscht das hier so hin. Wenn es mir zu viel ist, dann kann ich auch zum Beispiel 120 Pixel oder sowas einstellen. Das kann ich selbst bestimmen. So, sieht schon ziemlich geil aus das Ganze. Und diese Menüleiste, da muss jetzt natürlich noch so ein bisschen auch was drinstehen. Außerdem möchte ich dieser Menüleiste einen Schatten nach unten geben. Dafür einfach ein Box Shadow, so ganz Standard 2 Pixel in jede Richtung und ein bisschen gestreut auch 2 Pixel. Und als Hintergrundfarbe ist das Ding schwarz, allerdings mit 0,1. Das mache ich so häufig, dass es mir schon vorgeschlagen wird. Außerdem habe ich es hier oben ja auch schon. Durch diese Autovervollständigung ist er jetzt allerdings ganz weiß mit 255, 255, 255. Und was ich nun hier mache, ist den auf 0,0,0 zu stellen. Ich möchte ja einen schwarzen Schatten nach unten. Und nun sieht man hier auch so einen ganz dezenten Schatten, was schon ganz cool aussieht. Links kann man jetzt beispielsweise ein Logo oder sowas einfügen. Ja, ich schreibe hier einfach mal jetzt H1. Das ist eine Überschrift 1. Und hier schreibe ich jetzt My Contact Book zum Beispiel. Das ist jetzt einfach mal der Titel meiner Seite. Diese Menüleiste braucht natürlich auch noch ein bisschen Padding minus Left, also ein bisschen Abstand nach links. Ja, sieht dann auch noch mal ein bisschen besser aus. Zack, ist es noch mal weiter eingerückt. Wir könnten hier auch beispielsweise ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nehmen. Ich mache mal hier 50. Ja, und nachdem ich das Ganze jetzt gemacht habe, haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine App geschaffen, die schon ein bisschen nach was aussieht. Auch meinen Content, also das, was auf der rechten Seite hier steht, möchte ich noch ein bisschen abheben. Dem gebe ich ebenfalls eine Hintergrundfarbe, die weiß ist. Wenn ich das Ganze jetzt hier aktualisiere, sieht es so aus. Jetzt kann ich hier drin beispielsweise noch einen Board der Radius geben. Das sagt einfach, dass die Ecken rund sind. Und ich möchte das Ganze mit 8 Pixeln abrunden. Zack, jetzt ist es hier so ein Ticken abgerundet. Und ich möchte auch noch den Inhalt etwas einrücken. Sagen wir mal auch 8 Pixel. Also, dass der ganze Text hier noch mal einen Ticken nach innen eingerückt wird. So, und dadurch sieht das Ganze doch langsam schon ganz gut aus. Wir können noch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir den Schatten dort oben hinpacken. Ja, so. Vielleicht sieht das auch noch mal einen Ticken besser aus. Ich sehe jetzt gar nicht so einen großen Unterschied hier. Vielleicht hier nach unten hier. Da sieht man es so ein bisschen. Ja, aber das Ganze hat jetzt auf jeden Fall schon mal was. Es ist natürlich immer noch nicht die krasseste App, die wir jemals gesehen haben vom Design her. Aber es ist jetzt schon mal auf jeden Fall ein solides Grunddesign für unser Kontaktbuch. Auch nach rechts möchte ich hier unserem Content Container noch etwas Abstand geben. Das heißt, dem gebe ich jetzt hier nicht nur einen Margin Top, sondern auch noch ein Margin minus Right von 32 Pixeln. Und außerdem möchte ich mein Padding hier vielleicht noch einen Ticken erhöhen. Sagen wir mal 16 Pixel, dass noch alles ein bisschen mehr eingerückt ist. So, das Ganze sieht jetzt doch schon mal ganz nett aus. Ich packe alles wieder auf die rechte Seite. Und nun möchte ich gerne hier rechts oben auch noch meinen Namen anzeigen und vielleicht noch so ein kleines Logo oder sowas. Das kennt man ja auch von diversen Seiten. Dafür, sage ich einfach, dass in meinem Menübar auf der rechten Seite jetzt noch mal so ein kleiner Div-Container angezeigt wird. Also einfach ein weiterer Container. Dort steht mein Name, Yunus Ergin und vielleicht daneben noch mal so mein Logo oder sowas. Ja, oder Profilbild kann man auch machen. Wenn man kein Profilbild hat, dann kennt man das von vielen Seiten, zum Beispiel von Google, dass dort einfach der Vorname und der Nachname oder sowas steht oder einfach ein Buchstabe. Ich mache da jetzt einfach mal ein J rein und sage jetzt einfach mal, das ist mein Avatar. So, dieser Avatar, ja, der kriegt jetzt einfach mal beispielsweise Border minus Radius 100%. Wenn ich das vergebe, dann haben wir einfach einen Div-Container, der komplett rund ist. Background-Color brauchen wir auch noch. Da mache ich jetzt einfach mal Yellow oder sowas oder Yellow-Green. Hoffen wir mal, dass es einigermaßen gut aussieht. Und dann brauchen wir noch ein Padding da drin. Nicht Auto, sondern 16 Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt habe, ja, gucken wir mal kurz rein. Zack, okay, haben wir so ein Ding, was jetzt noch nicht perfekt aussieht. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Das liegt natürlich daran, dass wir diesem Div-Container auch noch eine Breite geben müssen von beispielsweise 40 Pixeln und eine Höhe, die genauso ist, weil sonst wäre das Ganze ja natürlich kein Kreis. Kreis ist immer gleich hoch und gleich breit. So, sieht schon mal besser aus, können wir auch noch kleiner machen. Wir probieren mal beispielsweise 24 und 24 Pixel. Und nun muss das Ding natürlich auch noch an die richtige Stelle verlagert werden. Und der Text sollte vielleicht auch noch in die Mitte. Ja, das machen wir wieder mit Display Flex. Damit können wir auf der X- und Y-Achse Sachen frei platzieren. Auf der X-Achse können wir etwas zentrieren mit Justify Content Center. Und die Y-Achse, das haben wir eben schon gemacht, wie man dort etwas zentriert, mit Align Items Center. Wenn wir das haben, dann ist hier unser J in der Mitte von dem Kreis. Und wie wir jetzt dieses Contact Book und diesen Namen und den Kreis nebeneinander platzieren, das wissen wir auch schon. Das haben wir jetzt auch schon dreimal gemacht. Und zwar indem wir diesem Menubar hier oben, diesem Ding hier, eine Eigenschaft geben, womit alle Elemente nebeneinander sind. Und diese Eigenschaft lautet unbedingt mitschreiben, wenn du es noch nicht weiß. Ja, Display Doppelpunkt Flex. Damit sind die Elemente jetzt nebeneinander. Allerdings nur die Hauptelemente. Ja, es gibt ja nur zwei Elemente. Dieses Element hat wieder zwei Unterelemente. Einmal diesen Avatar und den Namen. Und dieser soll natürlich auch neben dem Namen dargestellt werden. Außerdem wollen wir noch, dass dieses Contact Book ganz links ist und das andere Diff Element mit Avatar und Namen ganz rechts. Machen wir das zuerst. Dazu sagen wir unserer Menubar wieder, wie wir die Elemente auf der X-Achse ausrichten wollen. Und zwar wollen wir, dass der Freiraum, Space, dazwischen ist. Space Between. Wenn ich jetzt aktualisiere, ist ein Element ganz rechts, ein Element ganz links. Diesen Diff Container möchte ich jetzt auch Display Flex geben, damit hier auch die Elemente wieder nebeneinander sind. Dafür weise ich dem eine Klasse zu. Ich nenne die mal Name oder My Name oder sowas und sage, dass My Name Display Flex bekommt, damit die Elemente nebeneinander sind. Außerdem noch ein bisschen Margin. Ja, diese 0 kommt hier weg. sage ich mal Margin minus Right 50 Pixel, damit dieses Element hier nach rechts genauso viel Abstand hat, wie My Contact Book nach links. So, jetzt sehen wir hier weitere Probleme innerhalb von diesem Container. Ich kann das auch mal in den Chrome Tools hier einfach mal kurz zeigen. Ist natürlich auf der Y-Achse noch nicht zentriert. Das heißt, wir müssen dieser Klasse My Name jetzt hier noch eine Eigenschaft geben, dass das Ganze auf der Y-Achse zentriert ist. Also wieder Align Items Center. So. Und nachdem wir Align Items Center gesagt haben, sehen wir außerdem, dass unser Avatar nach rechts noch etwas Abstand braucht. Also geben wir dem auch noch mal Margin minus Right. Beispielsweise 8 Pixel. Ich möchte ihn auch noch ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal auf 16 runter. Ich benutze hier immer 8er Potenzen. Und jetzt sieht das Ganze doch schon langsam richtig schick aus, muss man sagen. Damit haben wir unser Grunddesign abgeschlossen und nun müssen wir natürlich unserer Seite noch etwas Funktionalität hinzufügen. Das Ganze machen wir nun im nächsten Schritt. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns damit, Daten zu speichern. Wahrscheinlich erinnerst du dich noch an die Grafik von eben. Wir haben einmal unseren Computer, der HTML-Code in unserem Webbrowser anzeigt. Auf der anderen Seite haben wir unseren Server. Auf unserem Server läuft PHP und PHP generiert den HTML-Code. Wir fügen nun unserem HTML-Code ein paar Eingabefelder hinzu. Ein Eingabefeld, um einen Namen hinzuzufügen und ein Eingabefeld, um eine Telefonnummer einzugeben. Zusätzlich fügen wir noch einen Absenden-Button hinzu. Wenn wir auf diesen Button draufdrücken, dann wird der Inhalt von dem Namensfeld und dem Telefonnummernfeld an unseren PHP-Server gesendet. Dieser wiederum erstellt eine Textdatei und in dieser Textdatei wird der Name und die Telefonnummer, die wir eingegeben haben, gespeichert. Später können wir das daher dann wieder abrufen. Die hinzugefügten Daten werden in einem Textdokument gespeichert. Unser Textdokument ist erst einmal komplett leer. Wir wollen nun in diesem Textdokument mehrere Datensätze speichern. Wenn wir beispielsweise als Namen Petra Müller eingeben und als Telefonnummer die, die wir hier sehen, dann wollen wir diese beiden Daten in unserem Textdokument abspeichern. Meistens soll ein Kontaktbuch jedoch nicht nur einen Kontakt haben, sondern natürlich mehrere. Genau aus diesem Grund haben wir diesen Datensatz mit der Zahl 0 versehen. An 0. Stelle in unserem Textdokument ist dieser Datensatz gespeichert und wenn wir jetzt einen weiteren, sagen wir mal Max Schmidt hinzufügen, dann ist dieser Datensatz an der Stelle 1 gespeichert. Ein neuer Datensatz würde nun an der Stelle 2 hinzugefügt werden. Diese Art Daten zu speichern nennt sich JSON-Array und ist eine der häufigsten Arten, um Daten zu speichern. Wenn wir solch ein JSON-Array in unserem PHP-Code definieren, dann sieht das Ganze so aus wie hier auf der rechten Seite. Wir machen erst einmal eine Variable namens Contacts. Wir wollen unsere Kontakte nämlich erst einmal in unserem PHP-Code speichern. Später wird dann dieser Code in unserem Textdokument abgelegt. Deswegen definieren wir uns in PHP erst einmal eine Variable namens Contacts. Und dieser Variable wird jetzt nicht einfach ein Text oder eine Zahl hinzugefügt, so wie vorher, sondern ein Array. In dieses Array fügen wir nun zwei sogenannte Dictionaries ein. Diese Dictionaries haben wiederum eckige Klammern. Hier sagen wir nun, dass der Name beispielsweise Petra Müller ist und die Telefonnummer 0157 und diverse Nullen. Sobald wir alle Eingaben für den ersten Datensatz gemacht haben, machen wir eine eckige Klammer zu und ein Komma, um den nächsten Datensatz hinzuzufügen. Hier haben wir wieder eckige Klammern und sagen nun wieder Name, Pfeil Max Schmidt, Phone, Pfeil 0157 und diverse Einsen. Und sobald dieser Datensatz komplett eingegeben ist, auch hier wieder eine eckige Klammer zu und dann eine weitere eckige Klammer zu, um unsere gesamte Eingabe mit allen Kontakten, die wir haben, zu beenden. Wenn bei der Eingabe hiervon übrigens ein Fehler auftritt, dann hast du dich hier höchstwahrscheinlich verschrieben. Häufige Fehler sind, dass man beispielsweise hinter dem zweiten Datensatz ebenfalls ein Komma eingibt oder dass man falsche Anführungszeichen verwendet oder eine eckige Klammer ganz am Ende vergisst zu schließen oder das Semikolon vergisst. Wir wollen also nun eine kleine Eingabemaske hinzufügen. Dafür klicken wir erst einmal auf die Seite Kontakt hinzufügen, weil in diese Sektion soll ja nun diese Eingabemaske eingefügt werden. Das heißt, hier wollen wir ganz konkret zwei Textfelder haben und dann so einen Button, den wir anklicken können. Und dafür gehen wir mal in VS Code. Hier müssen wir nun in die Sektion gehen, wo unser HTML-Code für die HTML-Seite generiert wird. Und das ist ja hier die Zeile 153 bzw. dieser gesamte Abschnitt hier. Und hier möchte ich nun einfach etwas Neues hinzufügen. Ein Eingabefeld kann ich einfügen, indem ich hier diesen HTML-Tag mit einer Spitzenklammer auf, Input und eine Spitze Klammer zu einfüge. Dann aktualisiere ich unsere Seite und sehe, dass hier so ein Eingabefeld hinzugefügt wurde. Wenn ich dieses Eingabefeld jetzt weiter nach unten haben möchte, könnte ich diesen Text hier oben beispielsweise in einen Container tun. Container wissen wir, das machen wir immer mit div und das Ganze schließen wir immer, indem wir hier eine eckige Klammer, dann ein Slash und dann wieder div eingeben. Das heißt, hier geht der Container auf, hier geht er zu und dieser Text befindet sich jetzt innerhalb von einem Container. Wenn ich das Ganze aktualisiere, wandert automatisch das Input in die nächste Zeile, weil ein Container automatisch die gesamte Breite hat. Sieht man auch sehr gut, wenn ich hier jetzt rechts klicke und auf Untersuchen gehe, dann sehen wir hier rechts immer den generierten HTML-Code und dort sehen wir, dass hier der Div-Container ist und hier unten unser Input. Dieses Input, das kann jetzt noch verschiedene Attribute bekommen. Wir können beispielsweise sagen, dass es einen Placeholder bekommt und hier können wir jetzt sagen, Namen eingeben und das Ganze aktualisieren wir gleich. Ein Problem haben wir, wir dürfen hier keine Doppelten Anführungszeichen verwenden, sondern nur die einzelnen, weil wir diese Doppelten ja schon innerhalb von PHP verwendet haben und man würde ansonsten das Ganze einfach mischen. So, wir sehen jetzt hier, dass wir Namen eingeben hier sehen und genauso können wir jetzt noch ein weiteres Input-Feld hinzufügen. Das heißt, ich füge nun ein zweites Feld hier ein und sage hier nun Telefonnummer eingeben und aktualisieren das Ganze. Wenn wir jetzt wollen, dass die beiden Dinger hier ebenfalls in zwei Zeilen gehen, darfst du dreimal raten, wie das geht. Wir müssen beide dieser Input-Felder wieder in einen Div-Container reinpacken. Können wir ja mal machen. So, wir rücken das Ganze nochmal ein bisschen besser ein, dann kann man es immer besser lesen und nachdem wir das hier gemacht haben, sieht das Ganze jetzt schon, wenn wir das mit dem nächsten machen, auch ganz gut aus. Den nächsten bräuchten wir eigentlich gar nicht in einen Div-Container hinzufügen, aber wenn wir das Ganze machen, dann hat das alles einfach nochmal ein bisschen mehr Ordnung. Ich aktualisiere wieder unsere Seite und sehe nun oben ein Feld, unten ein Feld und darunter fügen wir am besten auch noch einen Button hinzu. Button type gleich submit, muss man noch sagen. Ja, damit sagt man einfach, dass man diesen Button hier absendet oder zum Absenden verwendet. Auch hier würde ich wieder die einzelnen Anführungszeichen nehmen. Das ist am leichtesten und dann schließen wir diesen Button wieder, indem wir hier einfach wieder das Wort Button in diesen dreieckigen Klammern eingeben und davor noch so einen Slash. Hier rein können wir jetzt noch schreiben, wie dieser Button heißen soll, zum Beispiel absenden. Ich speichere das Ganze, aktualisiere unsere Seite und sehe nun Textfeld, Textfeld, Button. Schon ziemlich cool das Ganze. Jetzt wollen wir allerdings natürlich, dass das hier, was wir hier als Namen eingeben und das hier, was wir als Telefonnummer eingeben, auch noch in einer Variable gespeichert wird. Und das kann man auch hier in diesen HTML schnipseln direkt machen, indem ich hier beispielsweise eingebe name gleich und nun der Name meiner Variable. Zum Beispiel nennen wir das Ganze einfach mal Name, ganz einfach name gleich name. Und hier unten schreiben wir jetzt einfach mal name gleich phone. Und dann haben wir eine Variable namens phone definiert. Die hat den Inhalt, den wir in dieses untere Textfeld reinschreiben. Und wir haben eine Variable namens Namen definiert. Und die hat den Text, den wir in das obere Feld reinschreiben. Wenn wir unsere Seite aktualisieren, sehen wir hier keine Änderung. Nur wenn wir den HTML-Code hier ganz genau angucken, dann sehen wir das hier beispielsweise, ich ziehe es mal ein bisschen größer, phone drin steht. Hier oben bricht das Ganze dann so in zwei Zeilen. Das ist jetzt erst einmal noch nicht schlimm. Wenn wir uns an unsere Slides zurückerinnern, dann haben wir jetzt die linke Seite fertig und müssen das Ganze natürlich auf die rechte Seite schicken. Und dafür müssen wir in unserem HTML noch sagen, wo wir das Ganze hinsenden wollen. Und dafür müssen wir unser gesamtes Formular, was wir gerade geschrieben haben, noch in ein weiteres HTML-Tag packen und zwar ein sogenanntes Formular-Tag. Dafür mache ich einfach eine dreieckige Klammer auf, schreibe Form, neues Attribut, Action gleich. Und nun müssen wir sagen, wo wir das Ganze hinschicken. Ich sage hier einfach mal direkt zu unserem Server. Ja, also da, wo wir herkommen. Das macht man einfach so und dann sage ich noch Method gleich Post. Ist egal, ob man das groß oder klein schreibt. Hier geht es einfach nur darum zu sagen, wie wir, mit welcher Methode wir unsere Variablen, also diese Variable und diese Variable an unseren Server, an unser PHP übertragen wollen. Und ganz unten schließen wir unser Formular wieder. Das bedeutet, dass wir diesen ganzen Teil hier zack einmal so einrücken. Und nun sehen wir, unser Formular geht hier auf, dann ist hier so ein bisschen HTML-Code drin und hier geht unser Formular zu. Wenn wir jetzt hier oben noch sagen wollen, dass wir wieder zu unserer Kontaktseite kommen wollen, also zu dieser hier, wo man dann später alle Kontakte sieht, dann müssen wir auf diesen Pfad hier uns weiterleiten. Man kann das Ganze abkürzen und einfach nur hier hinten Fragezeichen, Page gleich Kontext schreiben. Mehr braucht man da nicht. Ich füge das Ganze hier einfach mal ein. Und jetzt wird es Zeit, das Ganze zu testen. Das heißt, ich drücke auf Absenden und werde nun automatisch zu der Kontaktseite weitergeleitet. In diesem Fall wurden jetzt die beiden Variablen, die wir hier eingegeben haben, name und phone, einfach an unseren Server gesendet. Der kann jetzt diese Variablen verarbeiten und kann anschließend nun die Kontakte hier anzeigen. Das bedeutet, wir müssen in unserem PHP-Code nun ein sogenanntes Array definieren. Das ist, wie gesagt, einfach so ein Container, wo man verschiedene Datensätze hinzufügen kann. An der Stelle 0 beispielsweise Petra Müller. An der Stelle 1 beispielsweise Max Schmidt. Und das Ganze machen wir jetzt einmal. Dafür gehen wir ganz oben in unseren PHP-Code und definieren uns eine neue Variable und nennen die einfach mal Contacts. Und hier mache ich jetzt einfach so eine eckige Klammer auf und eckige Klammer zu. Das bedeutet, dass ich unseren Contacts hier ein leeres Array zuweise. Das heißt, das ist jetzt noch ein komplett leerer Container, wo nichts drin gespeichert ist. Allerdings müssen wir jetzt nur überprüfen, ob diese Variablen überhaupt gesendet wurden und nicht, welchen Wert sie haben, so wie hier. Und außerdem haben wir jetzt nicht diese GET-Methode verwendet, sondern ich habe es eben schon mal angesprochen, eine POST-Methode. Warum man hier oben GET verwendet und hier unten POST, ja, das würde ein bisschen zu weit in die Tiefe gehen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kommentiere gerne mal. Vielleicht kommt dazu auch nochmal ein Tutorial. Wir wollen also nun überprüfen, ob die beiden Variablen aus unserem Formular gesendet wurden. Wir brauchen also wieder eine IF-Abfrage und sagen, IF IS SET, so heißt das Ganze, also ob die Variable gesetzt ist und die Variable heißt $-POST, eckige Klammer auf und in Anführungszeichen, hier nehme ich die einzelnen, Name heißt die erste Variable und die zweite Variable muss auch gesetzt sein, also brauchen wir hier ein UND 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 fragen, ob die PHONE-Variable auch noch gesetzt wurde. Das Ganze sieht jetzt etwas kompliziert aus, heißt aber einfach nur, dass wir hier beispielsweise auf die Variable Name aus unserem Formular zugreifen und dann packen wir diesen Inhalt hier in diese Klammer, die hier jetzt aufgeht und da hinten wieder zugeht und schreiben davor IS SET, also ob diese Variable gesetzt ist. Und das Gleiche machen wir hiermit auch. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, machen wir nun eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. An dieser Stelle ist jetzt ein kleines Missgeschick passiert und zwar hat mein Aufnahmeprogramm sich einfach dafür entschieden, die Aufnahme nicht weiter fortzuführen. Das ist für dich als Zuschauer allerdings gar kein Problem. Das einzige ist, dass der Hintergrund jetzt ein bisschen anders ist, denn heute sitze ich in unserem YouTube Studio. Wir machen das Ganze hier nochmal einen Ticken größer und wir haben ja gesagt, dass der Code hier zwischen den geschweiften Klammern ausgeführt wird, wenn wir zwei Variablen an unser PHP übergeben und zwar einmal die Variable Name und die Variable Phone. Wenn diese beiden Variablen existieren, dann wird der Code zwischen den geschweiften Klammern ausgeführt und wir können jetzt hier beliebigen HTML-Code generieren mit dem Befehl echo und der wird dann angezeigt. Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel einfach sagen, Kontakt wurde hinzugefügt und wenn ich das mache und dann aktualisiere, dann sieht man erst einmal nichts, weil die beiden Variablen hier ja nicht gesetzt wurden. Wenn ich jetzt allerdings hier auf Kontakt hinzufügen gehe und jetzt hier irgendetwas in diese beiden Felder reinfülle und jetzt auf Absenden drücke, dann sehen wir, dass diese beiden Felder ja hier Name und Phone gesendet wurden und weil diese beiden Felder gesetzt sind, wird jetzt der Code zwischen den geschweiften Klammern ausgeführt und deswegen wird der Text Kontakt wurde hinzugefügt zu unserem HTML hier oben hinzugefügt und dementsprechend sehen wir das Ganze da. Das Coole ist, dass wir hier nicht einfach nur Text oder irgendeinen HTML-Code reinpacken können, sondern natürlich auch Variablen. Das heißt, ich kann hier einfach nochmal zwei einzelne Anführungszeichen hinzufügen und hier einen Punkt, noch einen Punkt und hier zwischen kann ich jetzt den Text aus dieser Variable einfügen. Mit diesem Punkt verbinden wir nämlich immer Texte. Das heißt, wir verbinden diesen Text mit dem Punkt-Operator mit diesem Text und dann mit einem Punkt-Operator mit dem nächsten Text. Hier können wir nochmal ein Leerzeichen, damit es besser zu lesen ist, zwischenpacken und wir sehen, wir verbinden hier einfach drei Texte. Diesen Text, diesen Text und diesen Text jeweils mit dem Punkt-Operator. Und wenn wir das jetzt machen und hier mit STRG-R oder CTRL-R aktualisieren, dann werden die Variablen auch weiterhin gesendet. Dann sehen wir, dass nun der Inhalt der Variablen Name, die wir gesendet haben an unsere PHP-Datei, hier angezeigt wird. Und das Coole ist, dass hier nicht nur der Name angezeigt wird, sondern wir können hier auch beliebigen HTML-Code reinschreiben. Wenn ich jetzt sagen möchte, dass das hier, was ich markiert habe, fettgeschrieben werden soll, dann kann ich beispielsweise einfach dieses b-Tag für bold verwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier b anfangen und hinter dem Ganzen das b schließen. Das bedeutet, der Inhalt dazwischen, dieser Teil wird ja einfach durch Text ersetzt und der Inhalt dazwischen wird dann einfach von diesem b hier umschlossen und dadurch wird das Ganze fett dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal aktualisiere, dann wird der Inhalt meiner Variable hier einfach so angezeigt. Und ich kann jetzt das Ganze natürlich hier beliebig eingeben. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Hans eingeben und hier auch irgendeine Telefonnummer auf Absenden drücken und jetzt wird für die Variable Name der Wert Hans übergeben. Und jetzt steht hier Kontakt, Hans wurde hinzugefügt. Also dieser Name hier ist das Ganze, was wir hier in dieses Inputfeld mit der Bezeichnung Name eingegeben haben. Jetzt wollen wir natürlich nicht einfach nur anzeigen, dass der Kontakt hinzugefügt wurde, sondern wir wollen diesen Kontakt natürlich auch speichern. Und das Ganze können wir machen, indem wir das zu unserem Array hinzufügen. Das Ganze haben wir ja hier schon und ein Array ist letztendlich einfach eine Ansammlung von Daten. Das heißt, wir können hier beliebige Daten, also zum Beispiel jetzt unseren Namen und unsere Telefonnummer hinzufügen. Ein Array kannst du dir dabei so vorstellen wie eine Tabelle. Das heißt, dieses Dollarzeichen Kontext definiert eine Variable und dieser Variable ist jetzt eine leere Tabelle hinzugefügt. Und in diese Tabelle wollen wir jetzt Namen und Telefonnummern hinzufügen. Das heißt, wir wollen in der ersten Reihe für das Feld Name den Namen eintragen, den wir in das Textfeld eingegeben haben. Und bei Phone die Telefonnummer, die wir in das Textfeld für die Telefonnummer eingegeben haben. Bedeutet, wir müssen jetzt natürlich zwischen diesen geschweiften Klammern, da wurde das Ganze ja hinzugefügt, eine Variable für einen neuen Tabelleneintrag anlegen. Und ich nenne das Ganze einfach mal New Contact. Dafür schreiben wir wieder diese eckigen Klammern und dahinter ein Semikolon, um eine neue Zeile anzulegen. Und in dieser Zeile haben wir ja zwei Spalten, haben wir gesagt. Einmal Name und einmal Phone. Und da müssen wir jetzt noch sagen, was wir dort reinfüllen. In die Spalte Name wollen wir ja das reinpacken, was wir gerade in unser Textfeld eingegeben haben, und zwar in unseren Namenstextfeld. Deswegen schreiben wir $Post unterstrich Name. Hier unten hingegen sagen wir $Post unterstrich Phone, weil hier kommt das rein, was wir für unsere Telefonnummer in das Telefon Textfeld reingegeben haben. Hier noch ein Komma, um das Ganze zu separieren. Und damit haben wir jetzt auch schon eine neue Reihe für unsere Tabelle angelegt. Diese neue Reihe muss natürlich jetzt noch in unsere Tabelle hinzugefügt werden. Und das machen wir mit der Funktion, die bereits von PHP gegeben wird, Array unterstrich Push. Und hier schreiben wir jetzt rein, als erstes in welches Array wir das hinzufügen wollen, nämlich Contacts und einmal, was wir hinzufügen wollen, und zwar unseren neuen Kontakt, New Contact. Das heißt, in die Tabelle Contacts fügen wir jetzt eine neue Reihe hinzu, die wir gerade angelegt haben in der Variable New Contact. Damit ist in diesem Array hier jetzt ein neuer Eintrag vorhanden. Diesen Eintrag, den können wir jetzt auch hier einfach darstellen. Wir können das Ganze sogar in einer Textdatei speichern und so weiter und so fort. Fangen wir damit an, das Ganze in einer Textdatei zu speichern, denn dann haben wir das Ganze gleich permanent gespeichert. Dafür gibt es im PHP die Funktion file-put-contents. Und hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, in welche Textdatei wir das Ganze speichern wollen. Das wird hier von VS Code auch immer schon vorgeschlagen, was wir zwischen diese Klammern schreiben sollen. Das heißt, hier steht jetzt String file name. String heißt, wir müssen das immer in dieser Anführungszeichen schreiben und file name heißt, ja, der Dateiname, wo wir das Ganze rein speichern wollen. Ich nenne es jetzt einfach mal context.txt. Wir können die Textdatei, die erstellt wird, so nennen, wie wir wollen. Aber ich glaube, context.txt ist ein ganz guter Name. Jetzt steht da noch, was für Daten wir da reinschreiben wollen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach Hallo schreiben, in Anführungszeichen. Dann würde hier das Wort Hallo in die Textdatei reingespeichert werden. Wir wollen aber nicht das Wort Hallo rein speichern, sondern natürlich den Inhalt aus unserem Array $context. Ja, in dieser Variable ist ja unsere Tabelle mit jetzt einem Eintrag gespeichert. Das Problem ist, das Ganze kann ich so nicht in einer Textdatei speichern. Ich muss es erst umwandeln in Text, weil ein Array selber kann man so nicht speichern. Man muss das Array in Text umwandeln und das macht man mit der Funktion json-encode. Klammer auf, dann hier diese Variable rein, Klammer zu. Und wir beenden den ganzen Befehl so wie immer mit einem Semikolon. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben und jetzt hier aktualisieren und auch weitergehen, können wir mal hier in unseren Dateiexplorer gucken und wir sehen, hier ist jetzt eine neue Datei entstanden. Diese haben wir mit dem Befehl hier erstellt. Und in dieser Datei hier sehen wir jetzt ganz klar unsere Tabelle. Das wird in dieser Struktur immer gespeichert. Das ist eine sogenannte JSON-Array-Struktur. Ja, und hier sehen wir es ganz klar. Hier fängt die Tabelle an. Hier hört sie auf. Und wir haben einen Eintrag in unserer Tabelle drin. Und zwar Name ist Hans und Phone-Number ist das hier. Und wenn ich jetzt einen neuen Kontakt hinzufüge, das heißt ich füge hier jetzt wieder Hans hinzu und gebe ihm jetzt mal eine andere Telefonnummer, zum Beispiel das hier und drücke auf Absenden, dann sehen wir, dass unsere Textdatei hier immer überschrieben wird. Liegt daran, dass natürlich ganz am Anfang, wenn wir jetzt zu dieser Kontaktseite wieder etwas hinschicken, unser Code hier wieder von oben nach unten ausgeführt wird. Und wenn wir das von oben nach unten ausführen, dann sehen wir, dass die Variable Kontext hier wieder als leere Tabelle definiert wird. Und diese leere Tabelle, die wird jetzt hier wieder befüllt und dann wird das wieder in die Textdatei reingeschrieben. Bedeutet, alles was wir vorher in der Textdatei gespeichert hatten, wird überschrieben. Bevor wir also hier irgendetwas reinschreiben, sollten wir nicht hier einfach eine leere Tabelle wieder unserer Variable Kontext hinzufügen, sondern wir sollten überprüfen, ob diese Textdatei existiert. Und wenn diese Textdatei existiert, dann sollten wir den Inhalt aus dieser Textdatei auslesen und den dieser Variable hier zuweisen. Und das Ganze kann man im PHP mit wenigen Zeilen machen. Wir gucken, ob die Datei existiert, indem wir schreiben if file-exists. Und hier schreiben wir jetzt den Namen der Datei rein, nämlich context.txt. Ich mache mal hier den Dateiexplorer wieder zu, dann sehen wir ein bisschen mehr. Und jetzt mache ich hier zwei geschweifte Klammern. Das heißt, der Code zwischen diesen geschweiften Klammern hier, der wird nur ausgeführt, wenn die Datei context.txt existiert. Und was wir nun machen können, ist natürlich mit file-unterstrich, da wird hier immer schon vorgeschlagen, was es so schönes gibt, file-get-contents, einfach alles auslesen, was in der Textdatei drinsteht. Das heißt, hier schreiben wir jetzt wieder den Namen der Datei rein, also context.txt. Wollen wir auslesen. Als zweiten Parameter gibt es hier noch dieses use-include-path. Das müssen wir ebenfalls auf true setzen. Wenn wir das machen, dann wird nämlich erst mal in dem aktuellen Ordner gesucht. Das heißt, erst mal in dem Ordner, in dem auch unsere index.php-Datei hier drin ist. Und da befindet sich ja auch die context.txt. Und deswegen setzen wir das auf true, um in diesem Ordner zu suchen. Das Ganze jetzt wollen wir natürlich nicht einfach nur hier stehen haben, sondern wir wollen das gleich unserer Variable context zuweisen. Das Problem ist allerdings, dass hier in context ja ein Array reingespeichert werden soll. Hier rechts kriegen wir jetzt allerdings erst mal einfach nur einen Text. Und diesen Text, den müssen wir natürlich wieder umwandeln in ein Array. Und dafür packen wir den Inhalt von diesem Text. Wir können das auch in eine extra Variable speichern. Dann wird es vielleicht ein bisschen eindeutiger. Diesen Text, der jetzt hier in der Variable ist, den wollen wir umwandeln in ein Array. Und dafür sagen wir einfach json-decode. Da packen wir jetzt den Text rein, den wir aus unserer Textdatei rausgelesen haben. Das heißt, hier wird unser Array mit json-encode umgewandelt in deinen Text. Und hier oben, hier wird unser Text ausgelesen und dann wieder umgewandelt in ein Array. Beziehungsweise ein json-Array. Das ist diese Datenstruktur hier, mit der wir unsere Tabelle speichern. Und wenn wir jetzt unseren Code ausführen und das Ganze hier funktioniert, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Freddy oder sowas hinzufügen. Und hier kann ich auch eine andere Nummer hinzufügen. Und dann kann ich auf Absenden drücken. Und wir sehen jetzt hier in dieser Contacts-Datei, dass Hans nicht gelöscht wurde, weil es vorher geladen wurde. Und wir haben jetzt zwei Einträge hier drin. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal Hans drin und dann gehe ich hier runter. Freddy als zweite Person drin. Wenn du das Ganze jetzt nicht immer so abgespeichert haben möchtest, sondern gleich schön formatiert, dann gibt es hier noch einen Trick, den du anwenden kannst. Und zwar kannst du hier hinter dieses json-end-code noch einen zweiten Parameter schreiben. Der erste Parameter ist ja immer das, was du in Text umwandeln möchtest. Und dann kannst du hier hinter noch das hier schreiben. json-pretty-print. Wenn wir das machen, dann wird unser json, also unser Array letztendlich, diese Tabelle hier, schön formatiert dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Kontakt hinzufüge, sagen wir mal Sabine. Und wir schreiben hier irgendeine Nummer rein. Ja, eine Vorwahl. Und die Nummer muss ein bisschen kürzer sein. Und dann gehe ich auf Absenden. Dann sehen wir jetzt in dieser Contacts.txt-Datei, dass das Ganze gleich schön formatiert gespeichert wird. Und so haben wir jetzt in dieser Textdatei hier schon eine ganz schöne Übersicht über unsere Kontakte. Diese Kontakte müssen wir jetzt natürlich auch noch auf unserer Seite anzeigen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier auf die Seite Kontakte klicken, dann sollte hier natürlich nicht nur stehen, deine Kontakte. Und auf dieser Seite findest du einen Überblick über deine Kontakte, sondern die Kontakte selber sollten auch noch angezeigt werden. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist hier, wenn die Seite Contacts ist, unsere Headline zu deine Kontakte zu setzen. Wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, dann wird hier unten noch, wenn die Seite Contacts ist, was ja hier oben drin steht, hier dieser Text angezeigt. Also auf deiner Seite hast du einen Überblick und so weiter. Das heißt, was wir jetzt hier machen müssen, ist irgendwie über alle Einträge durchzugehen aus unserer Tabelle und diese hintereinander darzustellen. Über die einzelnen Einträge eines Arrays, also quasi einer Tabelle, geht man immer mit einer sogenannten Schleife. Besonders verbreitet ist hier die sogenannte ForEach-Schleife. Hier kann ich jetzt sagen, über welches Array ich rüber gehen möchte, nämlich Contacts und jetzt noch, wie eine einzelne Zeile aus meiner Tabelle heißt. Zum Beispiel Row. Hier auch ein Dollarzeichen vor und dann machen wir wieder eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Und der Code, der jetzt zwischen diesen geschweiften Klammern hier ausgeführt wird, der wird jetzt nicht einmal ausgeführt, sondern der wird so oft ausgeführt, wie wir Reihen in unserer Tabelle haben. Bedeutet so oft, wie wir Kontakte haben. Und jedes Mal ist diese Variable Row hier etwas anderes und zwar immer die aktuelle Zeile. Das heißt, wir gehen durch die 0. Zeile, die erste Zeile, die zweite Zeile und so weiter durch. Und diese Variable Dollar Row hat immer den jeweiligen Eintrag. Wenn wir in unsere Kontakte reingucken, dann sehen wir, dass wir hier jetzt drei verschiedene Kontakte haben. Das heißt, der Code hier wird auch dreimal hintereinander ausgeführt. Bedeutet, wenn ich hier sage Echo und hier einfach mal einen Diff-Container anlege, das ist einfach ein HTML-Container-Element. Das heißt, einfach ein Container, wo irgendwas reingepackt wird. Und hier steht Hallo drin. Und jetzt aktualisiere ich unsere Seite. Dann sehen wir, dass hier dreimal dieser Container mit dem Wort Hallo generiert wird, weil wir eben drei Reihen in unserer Tabelle haben. Ich kann hier allerdings jetzt auch auf einzelne Werte aus unserer Tabelle zugreifen. Und das mache ich, indem ich hier wieder drei Texte verbinde. Das heißt, ich kann hier einfach mit einem Punkt zwei Texte verbinden, so wie jetzt. Oder ich kann hier auch einfach noch einen Punkt packen und jetzt hier noch einen weiteren Text hinzufügen. Und zwar Row. Da muss noch das Dollarzeichen vor. Klammer auf. Hier sage ich jetzt auf, welche Zeile ich zugreifen möchte. Wir haben ja immer zwei verschiedene Zellen in unserer Zeile drin. Und zwar einmal Name und einmal Phone. Und ich möchte erst mal auf den Namen zugreifen, also auf Hans. Bedeutet, ich schreibe hier jetzt Name rein. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Fehler. Wenn wir diesen Fehler bekommen, dann haben wir einen klitzekleinen Fehler gemacht. Und zwar hier oben bei unserem JSON-Decode. Da haben wir nur gesagt, dass wir den Text hier umwandeln wollen. Aber wir haben nicht gesagt, in was wir das Ganze umwandeln wollen. Wir wollen es ja in ein Array umwandeln. Und dafür müssen wir hier noch das Wort True hinzufügen. Mit dem Wort True. Wir sehen das hier immer als zweiten Parameter. Das heißt, wenn ich hier einfach nur ein Komma schreibe und dann auch weitergehe, dann steht da Associative gleich False. Da kann man sich jetzt erstmal nicht so viel darunter vorstellen. Aber wenn man kurz googelt, findet man raus, wenn ich hier True reinpacke, dann wird das Ganze in eine Tabelle umgewandelt. Und wenn ich jetzt aktualisiere, dann sehen wir auch, dass das Ganze hier funktioniert. Hans, Freddy, Sabine werden hier angezeigt. Nun können wir natürlich unseren HTML-Code hier weiter generieren und noch ein bisschen verfeinern. Denn so sehen die Kontakte ja noch nicht wirklich gut aus. Das heißt, was ich jetzt hier machen möchte, ist so eine richtig schöne Karte zu designen. Dafür nehme ich jetzt den Namen hier nochmal raus, damit ich reinen HTML-Code schreiben kann und mache hier diese doppelten Anführungszeichen so und so. Und jetzt kann ich ja hier in mehreren Zeilen etwas schreiben. Das heißt, ich habe hier einen Div-Container und hier kommt jetzt zum Beispiel einfach mal meine Klasse rein. Ich nenne das Ganze Card, um zu zeigen, dass es eine Karte ist. Hier muss ich jetzt wieder die einzelnen Anführungszeichen nehmen, damit das mit diesem doppelten Anführungszeichen sich nicht durcheinander bringt. Außerdem will ich hier ein Bild einfügen, weil ich glaube, das ist einfach gut, wenn man neben jedem Kontakt nochmal so ein kleines Bild stehen hat. Und hier gucke ich jetzt einfach mal in meinen Ordner hier rein. Hier habe ich ja Image und hier habe ich schon verschiedene Dateien drin und ich möchte noch eine weitere Datei. Und zwar nenne ich die Profile-Picture. Hier muss ich jetzt mein Bild wieder schließen und diese Datei muss ich natürlich auch noch suchen. Dafür habe ich einfach mal auf pixabay.com, da findet man ja kostenlose Bilder, hier oben Profile eingegeben und jetzt hier nach Illustrationen gefiltert. Anschließend habe ich jetzt hier in dieses Bild heruntergeladen und dieses Bild in meinen Ordner img hier hinzugefügt und es Profile-Picture genannt. Das heißt, einfach rechtsklick auf Rename bin ich gegangen und habe es Profile-Picture.png genannt. So, fertig. Hier also noch die Endung dran, .png und wenn ich jetzt aktualisiere, dann habe ich schon mal drei Container mit diesen Bildern. Natürlich noch viel zu groß und das müssen wir jetzt noch alles ein bisschen stylen. Dafür gebe ich meinem Bild natürlich eine Klasse und nenne sie Profile-Picture. Und jetzt muss ich das Ganze natürlich noch ein bisschen stylen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben in unseren Style-Bereich und sagen, wie die Karte hier aussehen soll und wie unser Profilbild aussehen soll. Das heißt, ich lege hier jetzt einfach einmal eine Klasse an und sage, die heißt Profile-Picture, um auf unser Profilbild zuzugreifen und sage jetzt erst einmal im ersten Schritt, dass es mal eine Breite haben soll von 48 Pixeln und dann auch eine Höhe haben soll von 48 Pixeln. Ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus und dann ist das Ganze nicht mehr so überdimensioniert. Wir aktualisieren das Ganze mal und jetzt sieht es schon mal so aus. Wir können das Bild auch rund machen, indem wir hier einen Border Radius geben von 50%. Das Ganze macht halt die Ecken rund und zwar 50% rund jede Ecke und dadurch sehen wir, ist das ganze Bild rund. Jetzt können wir natürlich auch noch den Rand selber designen. Das heißt, unser Border sollte noch ein bisschen breiter sein, zwei Pixel. Er sollte durchgehend sein und er sollte weiß sein. Das sieht man jetzt noch nicht, weil man die Karten hier noch nicht sieht. Aber wir haben ja auch noch diese Klasse Card eben angelegt und haben gesagt, wenn wir hier runter gucken, dass jedes unserer Bilder, was wir generiert haben, in einem Div-Container ist und dieser Div-Container hat die Klasse Card. Das heißt, wir müssen nicht nur das Profile-Picture designen, sondern auch diese Karte. Da könnten wir zum Beispiel mal sagen, dass sie eine Background-Color bekommt und zwar einen RGB-A-Code. RGB steht immer für Rot-Grün-Blau und da sagen wir einfach mal, dass wir 0,0,0 geben und jetzt 0,05 als Transparenzwert. Wenn ich das jetzt aktualisiere, dann sehen wir, dass diese Karten hier einen leicht grauen Hintergrund haben und dadurch sieht man hier in diesen Karten auch diesen Rand von dem Profilbild. Die Karten sollten natürlich nach unten zur nächsten Karte noch ein bisschen Abstand haben. Also noch etwas Margin-Bottom. Ich gebe jetzt einfach mal 16 Pixel. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Abstand nach unten und ich sage außerdem noch Border Radius, dass sich die Ecken von dieser Karte rund machen möchte, aber nur leicht rund. Ich glaube, 8 Pixel ist hier ganz gut. Wenn ich jetzt aktualisiere, sehen wir, dass die Ecken von dieser Karte hier rund sind. Außerdem möchte ich noch, dass mein ganzer Inhalt ein bisschen eingerückt wird. Ja, dass diese Bilder nicht mehr direkt am Rand sind und deswegen gebe ich ein Padding von 8 Pixeln. Jetzt sehen wir, dass hier überall alle Elemente mindestens 8 Pixel Abstand haben zum Rand. Jetzt möchte ich noch, dass meine Bilder insgesamt ein bisschen weiter nach rechts, eingerückt werden. Das heißt, ich gebe noch mal explizit Padding Left ein bisschen höher, sagen wir mal 48 Pixel. Das heißt, nach oben, unten und nach rechts sind meine Elemente in der Karte zwar eingerückt um 8 Pixel, aber nach links um 48 Pixel. Fürs Erste sieht das doch jetzt schon einmal ganz gut aus. Jetzt wollen wir natürlich hier noch deutlich mehr Informationen drin haben. Wir wollen natürlich noch den Namen, die Telefonnummer und vielleicht auch noch so ein Button, um den Kontakt anzurufen hinzufügen. Das heißt, hier müssen weitere Informationen hinzugefügt werden unter diesem Bild hier. Und zwar möchte ich Pad den Namen anzeigen. Das heißt, hier kommt der Name rein und dann in einer neuen Zeile die Telefonnummer. Hier schreibe ich aber mal Phone rein. Das muss erst mal reichen. Problem ist, jetzt wird das Ganze hier irgendwie so dargestellt und ich möchte natürlich Namen und Telefonnummer neben dem Bild darstellen. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das Ganze mache. Und zwar sage ich, dass mein gesamter Inhalt in der Karte jetzt erstmal weiter nach rechts eingerückt wird. Das heißt, ich sage Padding Left, also Abstand nach links von zum Beispiel 64 Pixel. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, sehen wir, dass der Inhalt innerhalb der Karte hier eingerückt wird. Jetzt kann ich allerdings dieser Karte hier eine Eigenschaft geben namens Position Relative. Wenn ich das gebe, dann kann ich alle Elemente innerhalb von dieser Karte frei verschieben. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise dieses Bild hier frei positionieren, wo ich möchte, indem ich diesem Bild hier Position absolut gebe. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass das Bild nach links einen Abstand haben soll von 8 Pixeln. Und wenn ich das mache und aktualisiere, sehen wir, das Bild hat nach links einen Abstand von 8 Pixeln und wird gar nicht mehr in diese Karte hier reingekoppelt. Und der Text hier hat ganz gewöhnlich einen Abstand hier nach rechts von jetzt 64 Pixeln in diesem Fall. Jetzt wollen wir natürlich hier noch den echten Namen und die echte Telefonnummer anzeigen. Und das Ganze können wir auch ganz easy machen, indem wir jetzt hier unten einfach die Variablen reinpacken. Und hier kann ich jetzt einen Trick anwenden. Und zwar definiere ich mir hier eine Variable namens name gleich row. Und ich hole mir aus der Reihe jetzt hier meinen Namen name. Und das Gleiche mache ich auch noch mit der Telefonnummer. Ja, das heißt, phone hole ich hier genauso raus. Phone hier schreiben wir auch dollar phone. Und wenn ich jetzt so eine Variable habe und in dieser Variable ist Text gespeichert, dann kann ich diese Variable mit dem Dollarzeichen hier einfach einsetzen. Das heißt, statt Name kommt die Variable dollar name. Und statt der Telefonnummer hier, statt Phone kommt die Variable dollar phone. Wenn ich das Ganze mache, dann sehen wir, dass jetzt hier unsere echten Kontaktdaten drin sind. Und das Ganze sieht doch jetzt schon ziemlich gut aus. Jetzt haben wir eigentlich schon unser eigenes Kontaktbuch. Allerdings möchte ich natürlich noch ein paar weitere Features hinzufügen. Eins der Features ist das Wichtigste und zwar, dass wir diese Nummer auch anrufen können. Das heißt, wenn wir das Ganze hier auf dem Handy zum Beispiel öffnen oder auch vom Web Browser können wir hier auf Anrufen drücken und dann wird auf unserem Handy automatisch die Nummer angerufen, wenn wir den gleichen Google Account haben. Dafür füge ich jetzt hier einfach einen Link hinzu. Das macht man mit dem A Tag und sage Href, also Hyper Reference, sage wohin dieser Link führen soll. Und dieser Link soll zu der Telefonnummer führen. Das heißt, wenn ich auf diesen Link drücke, inzwischen schreibe ich, wie der Link heißt, anrufen, dann wird die Telefonnummer angerufen. Hier habe ich jetzt noch einen Fehler gemacht und zwar müssen hier wieder einzelne Anführungszeichen rein. Das ist ganz wichtig, wenn man außerhalb die Doppelten verwendet. Das passiert häufiger mal und wenn du diesen Fehler hier bekommst, ja, Syntax Error und so weiter, dann wird es meistens dieser Fehler sein. Wenn du jetzt hier aktualisierst, haben wir einen Link. Der ist jetzt noch nicht schön, der ist noch nicht gestylt, aber wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich eine Telefonnummer anrufen. Alles, was ich dafür noch machen muss, ist hier unten TEL Doppelpunkt vorzuschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt aktualisiere, dann kann ich hier drauf drücken und hier sehen wir automatisch, dass hier steht, dass ich mit meinem Samsung Telefon jetzt die Nummer anrufen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kriege ich so eine Nachricht auf meinem Handy und auf meinem Handy drücke ich dann nur noch auf diese Push-Nachricht drauf und dann wird die Nummer automatisch angerufen. Diesen Button hier, den möchten wir jetzt natürlich auch noch stylen. Das heißt, hier müssen wir wieder eine CSS-Klasse zuweisen mit einzelnen Anführungszeichen und wir nennen diese CSS-Klasse Phone Button. Einfach mal so geschrieben. Und diese Klasse, die müssen wir uns jetzt natürlich ebenfalls wieder oben in unserem Style-Bereich definieren. Das heißt, unser Phone Button sollte einen gewissen Style bekommen. Er sollte zum Beispiel eine Hintergrundfarbe bekommen, Background-Color und hier kann ich jetzt zum Beispiel irgendeine Farbe schreiben, wie zum Beispiel Blue oder Red oder Green oder was hier schon vorgeschlagen wird, Forest Green. Wenn ich jetzt aktualisiere, sehen wir, dass das Ganze schon ein bisschen mehr wie ein Button aussieht. Ich kann hier übrigens auch häufig drauf drücken in VS Code oder hier mit so einem Hashtag einen Farbcode angeben. Hier werden schon ein paar vorgeschlagen und hier kann man sich auch ganz leicht generieren lassen, indem man einfach auf Google mal RGB Generator oder sowas eingibt. Ja, und da kann man sich einfach beliebige Farben raussuchen, die einem gut gefallen, wie man das Ganze hier sieht. Da kann man jetzt drauf drücken und dann sieht man hier unten zum Beispiel den Hexcode von den verschiedenen Farben, die hier so angeboten werden. Das heißt, der Code hier von dieser Farbe ist zum Beispiel 9999900. Das heißt, ich kann jetzt hier schreiben 9999900 und wenn ich jetzt aktualisiere, dann sehen wir, dass die Farbe hier so aussieht. Außerdem möchte ich natürlich, dass mein Text ein bisschen Abstand hat zum Rand des Buttons. Deswegen gebe ich hier nochmal vier Pixel Abstand. Farbe von meinem Text sollte weiß sein und die Text Dekoration, also wie der Text dekoriert ist, sollte keine sein, weil aktuell ist der Text innerhalb von dem Link ja dekoriert mit so einem Unterstrich und das will ich nicht haben. Wenn ich jetzt hier Text Dekoration Underline schreibe, wäre es unterstrichen. Wenn ich hier Overline schreibe, dann wäre es überstrichen. Dann würde es zum Beispiel so aussehen. Aber ich möchte hier einfach nichts haben, deswegen sage ich None. Abgesehen von dieser Text Dekoration möchte ich natürlich auch noch, dass mein Button irgendwie so ein bisschen runde Ecken hat. Also sage ich Border Radius und sage einfach mal ganz leicht abgerundet mit vier Pixel. Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann haben wir hier schon mal so einen runden Button. Und jetzt möchte ich auch noch, dass wenn ich mit der Maus drüber gehe über den Link, dass die Farbe ein bisschen heller wird. Das heißt, ich sage Punkt vor dem Button und definiere jetzt hier einen neuen Selektor und zwar Doppelpunkt Hover. Das bedeutet einfach, dass wenn ich drüber Hover, also wenn ich drüber schwebe mit meiner Maus über den Button, dann werden zusätzlich auf diesen Button CSS Eigenschaften angewendet, die ich hier eingebe. Und die CSS Eigenschaften, die ich hier eingebe, sind eigentlich nur eine einzige. Und zwar wollen wir eine andere Background Color haben. Diese andere Background Color, die kann ich mir hier auch raussuchen. Ich nehme einfach mal so ein grüneres. Hier dieses C, 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 0, 0. Das heißt, hier steht C, 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 0, 0. Wenn ich jetzt hier drauf drücke oder einfach über den Button drüber gehe, dann sehe ich, dass die Farbe etwas heller ist. Jetzt möchte ich natürlich noch, dass dieser Button nicht hier ist, sondern etwas weiter rechts. Das heißt, ich gebe diesen Button genauso wie eben dem Profilbild wieder Position Absolute und sage einfach mal, dass der nach rechts den Abstand haben soll von 8 Pixeln. Gucken wir uns das Ganze mal an und jetzt sehen wir, dass der hier hinten in der Ecke so drin ist. Ich glaube, noch besser würde es aussehen, wenn er nach oben einfach einen Abstand hat von 0 Pixeln und nach rechts auch einen Abstand hat von 0 Pixeln. Wenn ich jetzt aktualisiere, dann klebt der hier so oben drin und ich glaube, das sieht hier schon ganz gut aus. Die Farbe hier würde ich noch ein bisschen ändern. Ich habe mir gerade nochmal einen neuen Farbcode überlegt und zwar diesen hier. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann wird es nur noch ein bisschen leichter hell, wenn ich hier über den Button rübergehe. Und ich muss sagen, mit diesem Style hier bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Und damit haben wir unser Kontaktbuch jetzt auch grundlegend fertig. Wir können neue Kontakte hinzufügen und können diese Kontakte hier auch anzeigen. Wir können die Kontakte anrufen. Das einzige, was man jetzt natürlich noch implementieren könnte, wäre, dass man die Kontakte auch wieder löschen kann. Man kann die natürlich einfach löschen, indem wir in diese Text Datei hier reingehen und einfach einen dieser Einträge hier markieren und auch löschen drücken. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, egal ob da ein Leerzeichen drin ist oder nicht, dann ist der Kontakt weg. Aber das Ganze kann man natürlich auch noch programmatisch lösen. Das Ganze möchte ich dir als kleine Hausaufgabe mitgeben. Probier mal hier einfach rechts unten zum Beispiel einen roten Button hinzuzufügen. Der heißt löschen. Wenn man den drauf drückt, dann wird man hier nicht auf Page gleich Kontext weitergeleitet, sondern auf Page gleich Delete. Und in dieser Page gleich Delete, da zeigst du natürlich wieder einen Text an, wo irgendwie steht, ja, der Kontakt wurde gelöscht. Soweit ist alles klar. Und du gibst hier aber noch einen zweiten Parameter mit. Das heißt, du änderst die URL leicht, das hier noch steht und Delete gleich. Und dieser Parameter, der kriegt hier hinter dem Gleichzeichen eine eindeutige Identifizierung, das heißt die Nummer von dem Kontakt, die du löschen möchtest. Also 0, 1 oder 2. Und hier musst du jetzt etwas selbstständig recherchieren, weil das gehört dazu, wenn du Programmierer werden möchtest. Deswegen ist das Ganze bei uns in der Akademie auch so, dass unsere Schüler immer Aufgaben kriegen, die sie selbstständig lösen müssen. Natürlich haben sie da immer einen Ansprechpartner und können immer mit einem Programmierer reden, wenn sie nicht weiterkommen. Aber du musst es schaffen, selbstständig zu googeln und auch herauszufinden, wie man jetzt gewisse Sachen macht. Das heißt, wenn du jetzt die Nummer aus dem Array, also 0 oder 1 oder 2, innerhalb von deiner ForEach-Schleife noch bekommen möchtest, dann würde ich einfach googeln, ForEach, Get, Index, PHP. Und dann guckst du dir den ersten Link an und da steht eigentlich auch schon ganz gut beschrieben, wie du eine weitere Variable innerhalb von deiner ForEach-Schleife hier bekommst. Also innerhalb von diesem Ding, wie du dann einen Link hier hinzufügst und da kannst du dann diese neue Variable, die du gewonnen hast, die entweder den Wert 0, 1 oder 2 hat, einem Link hier hinzufügen kannst. Nachdem du dann also eine neue Sektion hier hast, die Delete heißt, wo du jetzt diese weitere Variable, Delete gleich 0 zum Beispiel reingibst, musst du nur noch auf die 0. Stelle von deiner Tabelle, also von deinem Array zugreifen und das Ganze dort rauslöschen. Also, diese kleine Hausaufgabe gebe ich dir als Challenge mit. Schreib mal in die Kommentare, ob du es geschafft hast. Ich werde vielleicht auch noch eine Lösung dazu verlinken und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein kleines Projekt, womit wir einfach das Wissen, was du hier gelernt hast in diesem Projekt, noch etwas vertiefen können. Wie cool wäre das, wenn man Nachrichten einfach verschlüsselt senden kann? Das heißt, ich sende an meine Freunde jetzt nicht mehr einfach irgendeinen normalen Text, sondern ich sende einen Text, der einfach nur so eine Buchstabensuppe ist und diese Freunde wissen aber ganz genau, was sie mit dieser Buchstabensuppe anfangen müssen, um diese wieder zu entschlüsseln. Ein Verfahren, was die alten Römer damals genutzt haben, ist die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung. Dafür wurde einfach jedem Buchstaben im Alphabet eine Nummer zugewiesen. Dann wurde jeder einzelne Buchstabe um eine Nummer erhöht und daraufhin hat man dann natürlich andere Buchstaben. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ist diese Art der Verschlüsselung sicher? Nein, höchstwahrscheinlich nicht, denn mit 26 Versuchen, mehr Buchstaben haben wir im deutschen Alphabet nicht, kann jeder einfach raten und dann wieder deine Wörter entschlüsseln. Trotzdem haben die alten Römer damals ihre Nachrichten so verschlüsselt, es war damals schon ziemlich fortschrittlich und wir werden das Ganze jetzt mal implementieren. Dafür gehen wir jetzt auf unsere Festplatte C bei Windows und suchen dann nach unserem ZAMP Ordner, öffnen den und gehen hier in htdocs. Hier legen wir nun einen neuen Ordner an für unser Projekt und nennen den Cäsar, so heißt ja unser Projekt, drücken auf Enter und der Ordner ist erstellt. In Visual Studio Code öffnen wir diesen Ordner nun. So, Ordner auswählen und dann haben wir das Ganze. Hier schließe ich jetzt das Welcome-Ding und lege uns einfach mal eine neue Datei an. Dafür Rechtsklick auf New File und ich nenne diese Datei index.php. Hier lege ich jetzt erst einmal das HTML-Grundgerüst an. Dieses ganze Zeug hier unten wollen wir jetzt erstmal nicht installieren und drücke auf Enter. Hier schreibe ich jetzt nochmal einen Titel. Cäsar und hier lege ich auch gleich eine Überschrift einfach mal an und schreibe hier auch Cäsar und schließe diese Überschrift wieder. Um das Ganze zu öffnen, muss ich jetzt hier natürlich den Ordner öffnen, den wir gerade angelegt haben. Also Cäsar. Das Ganze öffne ich. Die index.php wird automatisch geöffnet und hier sehen wir nun das, was wir gerade hier geschrieben haben und der Titel ist dort oben auch. Damit haben wir jetzt schon mal das Projekt angelegt, die Grundbedingungen, was wir machen wollen, besprochen und nun geht es ans Design. Willkommen zurück zum Design und ich würde sagen, wir legen direkt los und bauen uns einfach mal mit HTML und CSS unser Grundprojekt zusammen. Wir wollen das Hintergrundbild also nun in unsere Seite einfügen. Dafür lege ich einen Container an und in diesen Container kommt nun ein Hintergrund rein. Dieser Container soll einfach ganz oben angezeigt werden. Ich nenne den mal als Klasse Header-Container und dieser soll einfach ganz oben so ein bisschen Hintergrund angeben, ein Hintergrundbild oder eine Hintergrundfarbe, um so ein bisschen hübscher auszusehen. Ich lege mir hier oben eine Style-Sektion an und sage nun, dass mein Container, also die Klasse hier, die im Container zugeordnet ist, eine Höhe kriegt von beispielsweise 250 Pixel und eine Background-Color von, ja, grau jetzt erstmal. Sieht nicht hübsch aus, aber da oben haben wir es schon mal. Das wird eh später noch geändert. Außerdem haben wir standardmäßig auf unserer Seite immer diesen komischen Rand hier, ja, ohne dass wir den jemals angegeben haben. Das liegt daran, dass unser Webbrowser standardmäßig unserem Buddy hier schon diese Margin 8 Pixel mitgibt, ohne dass wir das jemals gesagt haben, dass wir das wollen. Trotzdem sind sie da und wir müssen die nun überschreiben. Dafür gehen wir wieder in unser CSS und sagen, dass unser Buddy jetzt ein Margin haben soll von 0. Dadurch geht jetzt dieser weiße Rand hier, ich aktualisiere einmal, weg. Sieht schon mal deutlich besser aus. Wir haben uns ja gerade unser Hintergrund-Bild heruntergeladen und dieses Background-Bild, das möchte ich jetzt natürlich in unseren Container einfügen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, dieses Grau ist erstmal nur um das anzuzeigen und komplett egal. Wir binden jetzt hier unser Background-Image ein, also einfach Background.jpg und wenn ich das jetzt aktualisiere, sehen wir, dass dieses Bild hier drin ist. Allerdings noch nicht der richtige Ausschnitt. Den richtigen Ausschnitt können wir allerdings auch schnell mit Background Minus Size Doppelpunkt Cover hinzufügen. Zack, ich aktualisiere und dadurch ist das ganze Bild drin und oben und unten wird etwas abgeschnitten. Nachdem wir jetzt schon mal so ein bisschen Hintergrund haben, möchte ich eine Karte auf unserer Seite hinzufügen. Also einfach ein Div, ja, kriegt die Klasse Card, so nenne ich das Ganze und da soll nun unser ganzer Inhalt rein. Der Rest ist, wie gesagt, einfach nur Design. Und diese Karte, die soll jetzt mal eine Höhe haben von, sagen wir 500 Pixel, eine Hintergrundfarbe, damit man das Ganze auch sieht, Background minus Color White und einen Border Radius minus Radius von 8 Pixeln. Dadurch sind die Ecken von unserer Karte rund. Und jetzt kommt etwas, das ist ein bisschen besonders und zwar sage ich Margin Top minus 32 Pixel. Was nun passiert, ist ziemlich cool, ja, wir sehen das hier, die Karte, die wird nun über das Bild 32 Pixel rübergezogen. Und das hat den Effekt, dass man jetzt hier oben diese Ecken sieht, ja. Und das Ganze sieht schon mal ganz geil aus. Ich könnte jetzt auch beispielsweise noch sagen Margin Left 8 Pixel und Margin minus Right 8 Pixel. Und wir schauen mal, was dann passiert. Dann sehen wir, dass hier nach links und rechts noch so ein bisschen Abstand ist. Das sieht man jetzt schlecht, weil der Buddy auch eine Hintergrundfarbe von weiß hat. Wenn ich dem allerdings eine Background Color von RGBA 0, 0, 0, 0 gebe, also schwarz und jetzt sagen wir nochmal, dass wir nur 5% schwarz haben wollen und das Ganze aktualisieren, dann würde das so aussehen. Okay, ups, das waren jetzt 50%. Hier muss noch eine 0 mehr hin. Zack, dann sieht das Ganze so aus. Und ich finde, so langsam macht sich das Ganze schon. Ich möchte nun außerdem, dass die Karte nicht 500 Pixel Höhe hat, sondern, dass sie den gesamten restlichen Bildschirm einnimmt. Und die gesamte Höhe der Seite wäre 100 VH. 1 VH ist immer 1% der Bildschirmhöhe, das heißt 100 VH sind 100% der Höhe. Allerdings müssen wir davon jetzt noch etwas abziehen, und zwar die Höhe von unserem Header. Das sind nicht ganz 500 Pixel, sondern 500 minus die 32 Pixel, die wir das Ding wieder nach oben geschoben haben. Also 500 minus 32 sind 468 Pixel. Also, man sieht mit diesem Kalkding kann man sich hier noch in CSS Sachen ausrechnen, beispielsweise 100% Bildschirmbreite, minus einige Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, sieht es so aus, scheint noch nicht ganz zu klappen. Allerdings sollte unsere Karte ja gar nicht 100 VH groß sein, weil dann haben wir hier diesen Scrollbalken. Stattdessen möchte ich von diesem 100 VH noch die Höhe von diesem Header-Container abziehen, also minus 250 Pixel. Das macht man mit diesem Kalk-Befehl drumherum. Das heißt, wir sagen Height, Calc, dann 100 VH, minus 250. Diese 250 sind auch nicht ganz richtig, weil wir haben ja unsere Karte noch einen Ticken nach oben geschoben. Deswegen müssen wir nochmal diese 32 Pixel hier, die wir unsere Karte nach oben geschoben haben, wieder abziehen. Also haben wir hier 218 Pixel, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und zack, da sieht man es. Hier ist unsere Karte nun perfekt eingefügt. Vielleicht mache ich auch den Hintergrund noch einen Ticken dunkler, 0,1. Mal schauen, wie das aussieht. Wird dann so aussehen. Und vielleicht rücke ich auch nochmal beides ein bisschen ein. Ja, machen wir mal hier 16 und 16. Dann sieht man hier auch nochmal ein bisschen deutlicher, was gerade so Sache ist. So, sieht schon mal ziemlich cool aus. Und hier möchte ich nun natürlich noch ein Texteingabefeld einfügen. Das heißt, in unsere Karte muss jetzt natürlich Inhalt rein. Und ich sage, dass ich hier ein Inputfeld reingeben möchte. Und das hier hat natürlich einen Namen. Und ja, die Variable oder der Text, den ich hier reingebe, den möchte ich einer Variable namens Text zuweisen. Wenn ich das jetzt aktualisiere, sieht es so aus. Und das Ganze müssen wir nun natürlich noch ein bisschen stylen. Erstmal möchte ich, dass in unserer Karte alles allgemein 16 Pixel eingerückt ist. So, dann haben wir es schon mal so. Dann möchte ich, dass in unserer Karte alles untereinander angezeigt wird. Dafür füge ich Display Flex und Flex-Direction-Column hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt ein weiteres Ding hier einfüge, zack, zack, brauchen wir nicht. Aber wenn, dann werden die Elemente automatisch, wie man hier sieht, untereinander eingefügt durch diese beiden Befehle. Wir wollen hier allerdings als nächstes einen Button hinzufügen. So, und nun wollen wir in diesem Button natürlich noch einen Text, ja, zum Beispiel verschlüsseln und den Button auch wieder schließen. Und der Button sollte noch TypeSubmit haben. Das brauchen wir, um das Ganze dann später an unser PHP zu schicken. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, wollen wir nun natürlich unsere Elemente noch ein bisschen verschönern. Man könnte jetzt natürlich hier wieder eine Klasse zuweisen, aber wenn wir sagen wollen, dass alle Input-Felder in unserer App ein gewisses Design haben sollen, dann kann man auch einfach hier Input, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zuschreiben. So, und nachdem wir das Ganze nun gemacht haben, können wir hier ein bisschen stylen. Wir können beispielsweise sagen, dass wir hier unser Input hier nun, ja, eine Höhe geben wollen. Sagen wir mal Height, keine Ahnung, 80 Pixel und dann verändert sich die Höhe. 80 ist jetzt vielleicht etwas zu groß, sagen wir mal 48 sollte dicke ausreichen. Nicht 480, das ist zu groß, 48. Unser Input-Feld soll natürlich auch noch ein bisschen Abstand zum Element nach unten haben. Sagen wir mal 32 Pixel und dann wollen wir natürlich auch noch unseren Rand ein bisschen abrunden. Ja, also wir haben ja auch bei der Karte einen Border-Radius von 8 Pixel angegeben. Das möchte ich hier auch machen. Außerdem möchte ich, dass unser Border nur ein Pixel breit ist, also sage ich Border 1 Pixel, dass er durchgehend ist und dass er eine Farbe hat, die ich hier jetzt selbst definiere, und zwar 0, 0, 0, also schwarz. Und schwarz kriegt er zu beispielsweise 10%. Gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht jetzt so aus, ist schon mal ein bisschen dezenter als vorher. Ja, und finde ich schon mal ein bisschen cooler. Wenn ich drauf drücke, ist es immer noch ganz schwarz, aber das kann auch so bleiben. Und jetzt möchte ich unseren Button auch noch ähnlich designen. Ja, das heißt, unser Button, der kriegt ebenfalls eine Höhe von 48 Pixeln. Außerdem kriegt er noch eine Hintergrundfarbe. Ja, da können wir uns gleich mal überlegen, was da gut aussieht. Ich mache jetzt einfach mal Background Color Green und eine Textfarbe Color von Weiß. So, und wenn ich das Ganze hier gemacht habe, so sieht der Button so aus. Unser Border sollte vielleicht ganz weg sein in diesem Fall. Ich sage einfach mal unset, dann hat das Ding hier keinen Rand mehr. Und dafür noch einen Border Radius, ebenfalls von 8 Pixeln. Das Ganze kopiere ich mir hier einfach mal runter. So, dann möchte ich noch mit Cursor, Doppelpunkt, Pointer, dass hier meine Maus zu einem Mauszeiger wird, wenn ich darüber gehe. Und nun vielleicht noch die Farbe etwas anpassen und gleichzeitig auch noch verändern natürlich, wenn ich mit der Maus drüber gehe, um zu zeigen, dass man da auch draufklicken kann. Wenn ich hier rechts klicke und dann auf Untersuchen gehe, dann möchte ich diese Farbe wieder etwas heller machen. Ja, ich sage mal, das hier finde ich ganz schick. Ich kopiere mir diesen Farbcode hier raus und füge den hier als Background Color ein, damit ich nicht mehr dieses Grün von vorher habe. Und ich sage nochmal Button, Doppelpunkt, Hover, um meine Hover-Farbe zu ändern. Also wenn ich mit der Maus drüber gehe, die soll einfach nochmal so einen Ticken heller sein. Das heißt, hier sage ich nun Background Color diese und aktualisiere das Ganze. So, damit haben wir einen Button, der echt schon ziemlich cool aussieht. Und außerdem wollen wir natürlich unserem Input-Feld hier vielleicht noch eine Hintergrundfarbe geben und auch noch einen Placeholder. Fangen wir an mit dem Placeholder. Ich schreibe hier Text eingeben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sage ich nochmal, dass wir hier auch eine Background Color haben wollen, die vielleicht so ein ganz leichtes Grau ist. Background minus Color. Man sieht auch hier, ich kopiere einfach den Befehl von oben, weil es häufig schneller geht und sage hier 0,05 oder sowas. Also wirklich hier 5% schwarz, ganz, ganz leicht. So, sieht schon mal ein bisschen besser aus das Ganze. Allerdings gibt es immer noch ein, zwei Sachen zu tun. Beispielsweise bin ich noch nicht zufrieden mit der Textart, die wir haben hier, die Schriftart. Das ist jetzt einfach irgend so eine Standard-Schriftart und das Ganze sieht natürlich noch nicht so cool aus. Deswegen gehe ich einfach mal auf Google Fonts. Und hier kann man sich ja immer besonders coole Schriftarten herunterladen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer und schaue mal, was hier ganz gut aussieht. Roboto kann ich mir sehr gut vorstellen. Hier gibt es auch ganz viele Härte gerade. Ich wähle mir einfach mal alle aus. Ja, man kann hier verschiedene Schriftversionen auswählen. Wenn man alle auswählt, dann hat das jetzt nicht so einen großen negativen Effekt, außer dass es minimal länger lädt. Und dann kann man halt sowohl ganz dünne Schrift auf seiner Seite verwenden, als auch ganz dicke Schrift, wie man hier sieht. Ich kopiere mir jetzt einfach hier rechts diesen HTML-Code, der generiert wird. Und damit, wenn ich das in meinen Head-Bereich einfüge, also hier oben, zack, ja, langer Befehl. Aber dann kann ich diese Schriftart auf meiner Seite nutzen. Und wenn ich jetzt möchte, dass in meinem Body, also alles, was sich auf meiner Seite befindet, diese Schriftart hat, dann kopiere ich mir diesen Befehl hier von Family Roboto und füge den in meinen Body hier ein. So, und nachdem ich das Ganze jetzt gemacht habe, aktualisiere ich meine Seite und wir sehen, dass wir nun eine andere Schriftart haben, nämlich Roboto. Wenn ich jetzt hier einen Text reinschreiben würde in meine Seite, hätte der die Schriftart Roboto. Allerdings in meinem Button und Text-Input-Feld gilt das noch nicht. Nicht, dafür müsste ich noch sagen, dass jedes Element, egal was für eine Schriftart dafür definiert hat, in meinem Body diese Schriftart hat. Und das mache ich so. Ich sage Body, Stern, also jedes Element heißt dieser Stern, in meinem Body hat diese Schriftart. Wenn ich das mache, dann sehen wir, dass ich hier ganz eindeutig im Vergleich zu vorher, ich kann es nochmal kurz zurück machen, die Schriftart geändert hat. Ich lösche das hier nochmal raus. So, und dann sehen wir hier die Schriftart. Und wenn ich nun zurückgehe, zack, sehen wir ganz eindeutig eine Änderung. Und das Ganze sieht jetzt schon mal deutlich hübscher aus. Außerdem wäre es natürlich cool, wenn wir diesen Text nicht nur verschlüsseln können, sondern auch entschlüsseln. Das hilft uns extrem weiter. Und deswegen möchte ich jetzt hier einfach nochmal genau das Gleiche einfügen, nur etwas weiter unten. Und hier schreibe ich nun einfach mal decrypt-text oder sowas als Variablen-Name. Decrypt-text. Und gleichzeitig sage ich hier nun nicht mehr verschlüsseln, sondern entschlüsseln. Beide Dinger müssen noch in so ein Form-Tag reingepackt werden. Das brauchen wir, damit wir es später an diese PHP-Datei senden können. Ja, also einmal hier und hier nochmal. Und nachdem wir nun beide Form-Tags hier eingefügt haben, sehen wir auf der rechten Seite, dass zwar alle Elemente vorhanden sind, aber dass sie nicht mehr so wie vorher untereinander sind. Und das liegt daran, dass wir natürlich diesen Forms nicht dieses Display Flex und Flex Direction Column gegeben haben, was wir ja vorhin unserer Karte gegeben haben. Das heißt, die Forms sind nach wie vor untereinander, weil die ja direkt in unserer Karte drin sind. Ja, das sehen wir ja hier. Allerdings sind nun die einzelnen Elemente in der Form nicht mehr untereinander. Dafür müssten wir sagen, dass wir in einer Form immer ebenfalls Display Flex und Flex Direction Column haben wollen. So, jetzt haben wir eine Form, da drin sind die Elemente untereinander und da drin noch eine Form. Dort sind die Elemente ebenfalls untereinander. Das Ganze sieht jetzt noch nicht so hübsch aus, deswegen sage ich, dass wir hier noch ein bisschen Margin Bottom haben wollen. Und zwar einfach mal 100 Pixel, ja, kann ruhig ein bisschen mehr sein. Und wenn ich jetzt aktualisiere, zack, sieht das Ganze schon mal besser aus. Jetzt möchte ich vielleicht auch noch sagen, dass unsere Forms so eine leichte Hintergrundfarbe haben. Ich sage mal Background, Color, RGBA, wieder 0,0,0, unsere Lieblingsfarbe 0,05, also wirklich ganz, ganz soft, ja. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Padding minus Top und Bottom könnte man noch mal probieren. Oder allgemein noch mal ein bisschen Padding, sagen wir mal 8 Pixel. Einfach nur, um zu sehen, ob es besser aussieht, wenn das noch mal so ein Ticken eingerückt ist, vielleicht sogar 16 Pixel. Ja, weil dann sieht man noch mal die einzelnen Formulare. Außerdem würde ich nun beiden unseren Formularen noch mal eine Überschrift hinzufügen und zwar jeweils ein H2, also eine Überschrift 2, die ein bisschen kleiner ist als Überschrift 1. Und hier schreibe ich nun rein Text verschlüsseln und das Ganze kopiere ich mir und schreibe hier unten nun rein Text entschlüsseln. Nachdem ich das Ganze gemacht habe, sehen wir nun ganz deutlich, dass man hier oben einen Text verschlüsseln kann, hier unten einen Text entschlüsseln. Man tippt den Text hier ein und anschließend, nachdem man den eingetippt hat und auf den jeweiligen Button drückt, sieht man das Ergebnis. So, damit haben wir jetzt echt schon einiges geschafft. Das Grunddesign steht von unserer Seite und nachdem wir das Ganze jetzt gemacht haben, kümmern wir uns im nächsten Abschnitt um die Logik. In diesem Abschnitt wollen wir also unseren Text, den wir jetzt eingeben, entweder verschlüsseln oder entschlüsseln. Und dafür legen wir einfach mal los und updaten hier unseren Quellcode. Ich habe hier oben jetzt mal das Wort Hallo eingegeben und ich möchte, dass dieses Wort, was ich dort eingebe, einer Variable zugeordnet wird. Und diese Variable heißt jetzt gerade Text. Ich nenne die jetzt einfach mal Encrypt und die untere nenne ich einfach nur Decrypt ohne Text. Da wissen wir schon, was gemeint ist. Und das Ganze ist ja in diesem Form-Tag drin. Wir haben hier jetzt nichts Besonderes irgendwie spezifiziert oder sowas. Dadurch wird halt einfach, ich aktualisiere das Ganze nochmal, eine Variable, sobald ich auf Verschlüsseln drücke, an unsere PHP-Datei gesendet, in der wir uns gerade befinden. Und diese Variable können wir dann verwenden und damit arbeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Verschlüsseln drücke, werden wir hier oben wieder auf dieselbe URL weitergeleitet. Allerdings steht hier oben in der URL jetzt zusätzlich noch die Variable Encrypt, die wir hier in Zeile 81 definiert haben, mit dem Wert, den wir eingetippt haben. Hallo. Und das Ganze können wir jetzt in unserem PHP verwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier irgendwo in meiner Seite, wo ich denn gerade möchte, PHP-Code einfügen, indem ich jetzt in Zeile 78 hier das schreibe. Und in Zeile 80 das hier. Damit kann ich jetzt hier zwischen PHP-Code verwenden. Ich kann jetzt schreiben echo 1 plus 1 und einfach mal testen, ob das jetzt zu 2 umgerechnet wird. Und wenn ich hier meinen Quellcode schreibe, hier steht 2 und gleichzeitig sehen wir hier an der Seite auch 2. Ja, also soweit ich dort reingucke, sehen wir auf jeden Fall, das Ganze funktioniert ziemlich gut. Jetzt wollen wir allerdings nicht 1 plus 1 ausgeben, sondern wir wollen natürlich unseren Text irgendwie umrechnen. Das bedeutet, dass ich nun beispielsweise, wenn wir diese Variable haben, diese Variable in verschlüsselter Form ausgeben wollen. Das heißt, ich füge jetzt mein PHP einfach mal hier rein und schreibe jetzt erst einmal im allerersten Schritt eine if-Abfrage und dann ein echo, wenn die Variable da ist. Und ich möchte erst einmal gucken, ob diese Variable überhaupt in der URL steht. Die Variable kriegen wir immer mit get und dort schreiben wir jetzt den Namen der Variable rein, also encrypt. Und um zu wissen, ob diese Variable auch wirklich vorhanden ist, schreiben wir is set. So, und diese Variable, die kommt nun in diese Funktion is set hinein. Das bedeutet, dass wir nun alles, was wir zwischen diesen geschweiften Klammern, die ich hier jetzt gerade geschrieben habe, zwischen der hier und der hier nur ausführen, wenn die Variable encrypt in meiner URL existiert. Dieses $get ist dafür verantwortlich, um aus der URL diese Variable zu bekommen. Die schmeißen wir dann in diese is set Funktion rein und das Ganze schmeißen wir dann in unser if Statement rein. Das bedeutet, hier habe ich nun etwas und ich schreibe jetzt einfach mal zu verschlüsseln, Doppelpunkt und hier hinter hänge ich jetzt die Variable an. $get, Klammer auf, Klammer zu und hier den Namen der Variable encrypt. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Wir sehen, hier steht nun das Wort Hallo, also unsere Variable, die wir hier oben in der URL haben. Nun wollen wir über jeden Buchstaben rüber gehen und wollen uns die Nummer von jedem Buchstaben anzeigen lassen. Und dafür brauchen wir wieder eine Vorschleife. Und wir wissen ja bereits, wie wir über ein Array drüber gehen. Dafür brauchen wir dieses komische for each, was wir schon im letzten Tutorial verwendet haben. Und hier muss nun ein Array rein und dann sagen wir, wie die einzelnen Elemente aus unserem Array heißen sollen. Zum Beispiel in diesem Fall Character. Character steht einfach für Buchstabe. Das bedeutet, dass wir nun einfach nur ein Array definieren müssen, wo alle Buchstaben drin sind, die wir vorhin in unserem String get hier hatten. Und dafür gibt es eine Methode in PHP und die heißt str, das steht für String, also Text, Unterstrich Split, also Text aufsplitten. Und dort kommt nun diese Variable aus unserer URL rein. Semikolon dahinter und nun haben wir ein Array definiert, wo wir nun die einzelnen Buchstaben verwenden können. Jeder Buchstabe aus unserem Text heißt einfach Dollarzeichen Char. Und nun können wir mit diesen einzelnen Buchstaben hier arbeiten und diese hier innerhalb von diesen geschweiften Klammern verarbeiten. Wir wollen nun die jeweilige Zahl von jedem Buchstaben in PHP herausfinden und erst einmal die Zahlen ausloggen. Und das Ganze ist in PHP auch nicht so schwer. Ja, wir können einfach mal googeln. Das Gute ist, dass PHP so verbreitet ist, gerade in den letzten Jahren, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er war PHP so verbreitet, dass wir nahezu alles dazu im Internet finden. Dafür geben wir bei Google einfach mal das hier oben ein. PHP getCharacter. Also wir wollen den Buchstaben und davon wollen wir dann die Zahl aus dem Alphabet. Und dann klicken wir einfach mal auf das erste Ergebnis und schauen, wie das Ganze gelöst wird. Und hier sehen wir, dass es eine Funktion gibt, die heißt ToNumber und die kann ich mir ganz einfach rauskopieren und in meinem Code verwenden. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise hier irgendwo ganz unten nochmal weiteren PHP-Code einfügen, würde ich jetzt auch erstmal so machen. Und dort füge ich nun meine neu erworbene Funktion ein und diese Funktion, die kann ich nun überall in meinem Code verwenden. Ich sollte natürlich einigermaßen verstehen, was diese Funktion macht und sicher gehen, dass diese Funktion jetzt nicht was vollkommen Falsches macht oder was vollkommen Komisches. Aber das sieht hier sehr gut aus, ist hier auch als richtig beantwortet worden und den Stack Overflow Fragen kann man normalerweise immer vertrauen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier echo sage und hier nun meine Funktion aufrufe, ToNumber und hier nun den jeweiligen Buchstaben reingebe, das ist ja beim ersten Mal H, dann A, dann L, dann L, dann O. Ich gebe das Ganze hier mal rein, dann sehen wir, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, dass es eigentlich funktioniert, außer bei dem Buchstaben H. Und das liegt daran, dass das H groß geschrieben ist und hier nur kleine Buchstaben abgefangen werden, wie wir sehen. Das bedeutet, wir müssten nun auch noch vorher unseren Text in kleine Buchstaben umwandeln, das ist vermutlich das Einfachste. Auch dafür können wir einfach googeln, PHP, String to Lower Case. Das ist ziemlich easy anzuwenden, man muss einfach diese Funktion hier jetzt verwenden und da müssen wir nochmal unseren ganzen Text reinpacken. Das heißt, ich definiere mir jetzt einfach mal eine kleine Hilfsvariable, nenne die Text, damit es nicht zu unübersichtlich wird und sage, dass hier der Text von meiner URL reinkommt. Zack, der ist allerdings jetzt in kleinen Buchstaben und den splitte ich jetzt auf. Hier noch das Dollarzeichen davor, das bedeutet, was ich jetzt mache, nochmal um das zusammenzufassen, ist, ich hole den Text von der Variable Encrypt aus meiner URL. Dann konvertiere ich diesen Text in kleinen Buchstaben und weise ihn einer neuen Variable zu. Das heißt, in dieser Variable Text steht nun das Wort Hallo nur in kleinen Buchstaben. Und nun unterteile ich diese kleinen Buchstaben in ein Array. In diesem Array steht dann anstelle 0 das Wort H, anstelle 1 steht A, anstelle 2 steht L, dann L, dann O. Und nun gehen wir durch diese einzelnen Buchstaben durch und konvertieren die alle in Zahlen. Führen wir das Ganze mal aus und wir sehen hier, es klappt ganz gut. Siebte Stelle, nullte Stelle, elfte Stelle, elfte Stelle, vierzehnte Stelle. Scheint ganz gut zu klappen. Wichtig ist vielleicht noch, A ist natürlich die erste Stelle. Man müsste hier vermutlich nochmal überall 1 drauf addieren, wenn man bei 1 anfangen möchte zu zählen. Wir fangen jetzt bei 0 an zu zählen. Und was wir nun machen wollen, ist auf jeden dieser Buchstaben natürlich wieder 1 drauf zu addieren. Das heißt, wir wollen nun auf diese Zahl nochmal 1 hier oben so drauf addieren. Das macht man einfach so. Und damit haben wir jetzt auch schon das verschlüsselte Wort, allerdings nur in Zahlen. Wir wollen jetzt natürlich nicht die Zahlen hier anzeigen, sondern davon wieder die Buchstaben. Und dafür bräuchten wir eigentlich genau diese Funktion hier unten, nur müssten wir diese Funktion jetzt umdrehen, dass man hier nicht mehr eine Zahl rauskriegt, sondern wieder einen Buchstaben. Das heißt, hier schreibe ich jetzt rein to char und sage hier einfach mal, dass hier eine number reingegeben wird. Jetzt müssen wir diese Funktion natürlich zu 100% verstehen. Wir könnten uns so etwas sicherlich auch ergoogeln, wenn wir das wollen. Aber ich würde sogar sagen, dass es zurück noch deutlich einfacher ist als hin. Alles, was wir jetzt endlich brauchen, ist, dass wir aus unserem Array, Alphabet, wieder den jeweiligen Wert rausgeben. Das heißt, ich könnte jetzt innerhalb von dieser Funktion hier einfach sagen, return, Dollarzeichen, Alphabet, Klammer auf und hier nun die jeweilige Nummer, also Dollarzeichen, Number. Was macht das Ganze? Das Ganze ist jetzt endlich wie eine Box zu verstehen. Ja, eine Funktion ist wie so eine Schachtel. Da packe ich beispielsweise eine 0 rein und rauskommt ein A oder ich packe eine 5 rein und rauskommt der fünfte Buchstabe, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, das F. Das heißt, ich kann nun diese Funktion einfach verwenden, um hier oben meine Zahl umzuwandeln in ein Buchstaben. Das Ganze mache ich jetzt einfach mal so, wir führen das Ganze aus und hier kommt nun I, B, M, M, P raus, was die nach Cäsar um 1 verschobene Lösung ist für das Wort Hallo. Das heißt, wir haben das Wort Hallo jetzt genommen, haben die ganzen Buchstaben um 1 erhöht und dann kommt hier dieses lustige Wort raus. Wir könnten jetzt noch irgendwie davor schreiben vielleicht, dass wir hier oben nochmal ausgeben, dein Wort lautet oder sowas. Können wir ja mal so als B machen, also als Bold, dass man es ein bisschen besser lesen kann. Und ich sage hier einfach, dein Wort lautet Doppelpunkt. Wenn ich das jetzt ausführe, zack, steht das Ganze hier so. Sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Also, noch einmal zusammengefasst. Was haben wir gemacht? Wir haben erst einmal aus unserer URL mit diesem Dollarzeichen get den Wert unserer Variable heraus extrahiert. Hallo. Dann haben wir diese Funktion von PHP namens str-split genommen, um unser Wort Hallo in ein sogenanntes Array zu unterteilen. Also einfach mehrere Teilstücke und man kann jetzt auf die 0. Stelle, die 1. Stelle, die 2. Stelle und so weiter zugreifen. Dieses Array haben wir nun mit einer sogenannten Vorschleife dargestellt und haben in diesem Array nun versucht, die einzelnen Zahlen auszugeben. Das hat geklappt, also haben wir die Zahlen um jeweils 1 erhöht, indem wir einfach ein Plus 1 dahinter geschrieben haben. Das Ganze sah dann so aus. Wir haben eine Vorschleife verwendet und damit geht man über alle einzelnen Elemente. Das heißt, dieses Dollar-Char ist beim ersten Mal jetzt im oberen Bereich erst 8, dann beim zweiten Mal, wo diese Schleife durchläuft 0, dann 11, dann 11, dann 14. Oder beim zweiten Beispiel, da haben wir dann nochmal Plus 1 drauf gerechnet und dadurch sind wir dann auf 9, 1, 12, 12, 15 gekommen. Nun wollten wir das Ganze wieder umrechnen in Buchstaben. Dafür haben wir unsere Vorschleife noch weiter erweitert und haben dieses To-Char noch einmal drumherum gepackt in unser Echo. Und dadurch haben wir nun die einzelnen Zahlen, das heißt die 9, die 1, die 12, die 12 und die 15, jeweils wieder in ihre Buchstaben umgewandelt. Also in I, B, M, M und P. Und dadurch haben wir nun unser verschlüsseltes Wort Hallo. Nachdem wir das Ganze jetzt zusammen gemacht haben, kannst du ja einmal versuchen, das Ganze selbst noch einmal zu implementieren für die Entschlüsselung. Die Entschlüsselung funktioniert ja letztendlich genauso wie die Verschlüsselung, nur andersrum. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du einen Buchstaben drauf addiert hast, musst du jetzt wieder einen Buchstaben abziehen. Und das bedeutet, dass du nun einfach fast genau die gleiche Funktion implementieren musst. Also, halt das Video hier an, spule auch gerne zurück und guck, wie ich die Verschlüsselung gemacht habe. Und anschließend guckst du einmal, ob du das Ganze selbst hinbekommst. Ansonsten sehen wir uns gleich mit der Lösung. Hast du es gelöst? Wenn nein, dann geht es jetzt weiter. Also, was wir jetzt machen, ist eigentlich, diese Funktion hier einfach zu kopieren. Das bedeutet, wir wollen jetzt ebenfalls zwischen dem Input und dem Button wieder die Entschlüsselung anzeigen und fügen das Ganze hier einfach mal rein. Und nun wollen wir allerdings nicht einen Buchstaben hier drauf addieren, sondern einen Buchstaben entfernen. So. Und wenn ich jetzt das Ganze hier noch einmal neu aktualisiere, dann klappt es eigentlich schon fast richtig. Wir müssen noch eine Sache machen und zwar wollen wir natürlich hier einen Text eingeben und den entschlüsseln. Und die Variable hier heißt ja Decrypt, nicht Encrypt. Das bedeutet, wir müssen hier natürlich Decrypt reinschreiben und hier auch und nicht Encrypt. Aktualisieren wir nochmal und wir sehen hier, dein Wort lautet Hallo. So, wir können hier noch schreiben, dein entschlüsseltes Wort lautet oder sowas. Entschlüsseltes Wort lautet und dann sieht das Ganze schon echt ganz cool aus. Wir haben noch ein minimales Problem an der Sache und zwar, was ist, wenn ich hier ein A entschlüsseln möchte? Ein A, wenn ich das in die Zahl umwandelt, wird in die Zahl 0 umgewandelt. Was passiert, wenn ich von 0 einen abziehe? Gucken wir mal. Ja, natürlich Fehler, weil für minus 1 kennen wir keine Zahl. Das Ganze kann man allerdings ziemlich easy wieder reparieren. Und zwar am besten gleich in unserer To-Char-Methode. Wenn die Zahl hier kleiner ist als 0, ja, kann ich ja hier einfach reinschreiben. If number kleiner als 0, dann addiere ich einfach nochmal 26 obendrauf. Das heißt, ich sage number ist gleich number plus 26, weil so viele Buchstaben haben wir in unserem Alphabet. Und jetzt sehen wir, dass hier für A automatisch wieder der Buchstabe Z rauskommt. Das Gleiche würde ich auch hier machen für die Zahl aus unserem Alphabet, die hier rauskommt. Wenn ich hier ein Z eingebe, müssten wir nämlich so ungefähr den gleichen Fehler kriegen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal für den Buchstaben Z. Also wir sagen, dass wenn number größer ist als 25, warum nicht 26, weil wir bei 0 anfangen zu zählen, dann wollen wir nochmal 26 Buchstaben abziehen. Das heißt, ich sage hier number ist gleich Dollarzeichen number minus 26. Jetzt tippen wir hier mal ein Z rein und gucken, was rauskommt. Und es kommt wieder ein A raus. Das Ganze funktioniert also astrein. Ich kann hier hallo, wie geht es dir eintippen. Ich verschlüssel das Ganze. Und da haben wir jetzt noch ein Problem. Wir können nur einzelne Wörter verschlüsseln. Ja, das heißt, hallo, wie geht es würde funktionieren. Dann würde das hier rauskommen und ich kann das Ganze hier jetzt wieder entschlüsseln. Leerzeichen sollten nicht verschlüsselt werden. Da müssen wir unser Programm noch ein bisschen erweitern. Ja, dass man hier oben einfach Leerzeichen vergisst. Jetzt haben wir allerdings noch ein Problem. Was ist, wenn ich hier hallo, wie geht es dir reinschreibe? Dann kriegen wir hier jede Menge Fehler. Wir kriegen zwar immer das richtige Wort hier verschlüsselt. Das hier ist offensichtlich hallo. Das hatten wir jetzt schon öfter. Das ist hier, wie geht es dir und so weiter. Das passt alles. Allerdings ist es, wie wir hier noch sehen, trotzdem voll mit Fehlern. Und das liegt daran, dass wir natürlich mit dieser Funktion hier in Zeile 91, die wir hier aufgestellt haben, nur aus unserem Alphabet, das heißt aus dem Buchstaben von A bis Z etwas verschlüsseln können. Leerzeichen können wir nicht verschlüsseln. Das heißt, sowas wie Leerzeichen, Sonderzeichen und so weiter müssen wir abfangen. Das heißt, wir könnten uns zum Beispiel ein Array definieren, in dem wir unsere Sonderzeichen festlegen, die wir abfangen wollen. Ich definiere mir einfach eine neue Variable hier, nenne die Special Chars oder sowas und schreibe hier, dass unsere Sonderzeichen zum Beispiel ein Leerzeichen sind, zum Beispiel ein scharfes S oder S-Set sind, ja, je nachdem, wie Leute das nennen. Dann vielleicht noch sowas wie Ä oder sowas wie Ü oder sowas wie Ö. Du kannst die Liste ja später noch beliebig erweitern. Da gibt es garantiert noch jede Menge Sonderzeichen, die ich jetzt nicht abgefangen habe. Wie zum Beispiel hier so ein Hochkomma oder sowas. Ja, da muss man übrigens noch so ein Slash davor packen, weil das ist ja quasi ein Programmierzeichen. Und so sagen wir, dass das einfach ein ganz normaler Buchstabe ist. Und nachdem wir das Ganze definiert haben, definieren wir das Ganze nicht hier, sondern am besten ganz oben. Dann können wir von überall aus unserem Code darauf zugreifen. Ich sage hier also wieder, dass ich hier so ein Stückchen PHP in meinem Code haben möchte und definiere meine Special Characters hier ganz oben in unserem Code. Und das kann ich jetzt hier unten verwenden, hier unten verwenden und überall. Und ich kann jetzt einfach sagen, if in unterstrich Array und gucke nun, ob unser Buchstabe sich befindet in unseren Special Characters. Und wenn das der Fall ist, dann gebe ich einfach den Buchstaben aus, ohne ihn zu verschlüsseln. Und wenn nicht, dann machen wir es ein bisschen anders und verschlüsseln den mit unserer altbekannten Logik. Testen wir das Ganze mal. Sieht ganz gut aus. Das heißt, alle Sonderzeichen, die wir hier haben, wie jetzt in diesem Fall nur die Leerzeichen hier, die werden jetzt einfach nicht ausgegeben, sondern die werden hier einfach ganz normal hingeschrieben, ohne dass man sie verschlüsselt. Das heißt, unsere Sonderzeichen, wie jetzt in diesem Fall nur das Leerzeichen, die werden hier nicht verschlüsselt, sondern einfach so dargestellt. Ist jetzt in diesem Fall nicht besonders schlimm, weil lesen kann diese Buchstabensuppe so trotzdem noch keiner. Das Gleiche müssen wir natürlich auch beim Entschlüsseln dann wieder beachten. Das heißt, auch hier kopieren wir das eigentlich einfach alles runter und sagen, dass wir unsere Buchstaben ausgeben, wenn sie da drin sind, weil die wurden ja nicht verschlüsselt, und alle anderen Buchstaben schon. Das heißt, wenn ich das Ganze hier jetzt verschlüsseln möchte und dann wieder entschlüssel, zack, kommt hier auch wieder Hallo, wie geht es dir raus? Gut, wir haben noch irgendwie hier so das H nicht in Großbuchstaben zurückkonvertiert, aber ich denke, damit kann man lesen. Du hast jetzt auf jeden Fall ein Programm, womit du Nachrichten verschlüsseln kannst, das Ganze verschlüsselt, an deine Freunde senden kannst und dann kannst du das Ganze auch, nachdem du es an deine Freunde gesendet hast oder von denen empfangen hast, wieder entschlüsseln. Damit hast du ein Programm, was auf jeden Fall schon ziemlich viel wert ist, was du so verwenden kannst. Wenn du einen Server gemietet hast, kannst du das Ganze sogar online stellen und es ist auf jeden Fall vollkommen funktionsfähig. Bis man solche Programme komplett selbstständig schreibt, braucht es natürlich noch ein bisschen mehr Übung. Du musst noch mehr Tutorials machen, wahrscheinlich musst du dieses Tutorial noch öfter durchmachen und dir vor allen Dingen auch alles aufschreiben, was du nicht verstanden hast und versuchen, darüber Klarheit zu bekommen. Das heißt, du musst am besten Leute fragen, die sich damit auskennen und wenn du eine Zeile nicht verstehst, diese Zeile nachfragen können. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du weitere Programme nach derselben Logik schreiben. Das heißt, du könntest ein Forum programmieren, du könntest ein Gästebuch programmieren, du könntest eine To-Do-Liste programmieren, du könntest einen Notizblock programmieren. Da gibt es wirklich unzählige Projekte, wo man etwas hinzufügen muss und das dann anzeigen muss. Und wenn du das alles gemacht hast, dann bist du auf jeden Fall super fit. Du hast es also jetzt geschafft, deine ersten Applikationen mit PHP zu erstellen. Herzlichen Glückwunsch! Aber bevor du jetzt weitermachst und weiter PHP lernst, gibt es einige Sachen, die du noch wissen solltest. Nummer 1. Dynamische Seiten werden heutzutage nicht mehr mit PHP erstellt, sondern hauptsächlich mit JavaScript. Dadurch siehst du einfach Veränderungen auf deiner Seite nochmal deutlich schneller als mit PHP. Nummer 2. PHP wird hauptsächlich genutzt, um Content-Management-Systeme oder Online-Shops zu bearbeiten. Das heißt, Internetseiten werden heutzutage hauptsächlich mit Software wie WordPress oder Joomla erstellt. Diese kannst du dann, wenn du PHP kannst, noch deutlich weiter dynamisieren. Allerdings kannst du damit keine kompletten eigenen Applikationen oder Software schreiben. Wenn du wirklich 100% Individualität haben möchtest, dann geht das Ganze nur, wenn du es beispielsweise mit Technologien wie JavaScript schreibst. Dazu haben wir auch schon einige Tutorials auf diesem Kanal. Guck dir diese gerne an. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.